Na gut, Schatz. Hier sind all deine Schulsachen. Viel Spaß in der Schule. Sei brav. Ja, klar. Oh, meine Tasche ist zerrissen. All meine Sachen sind auf dem Boden. Oh, weh, Schatz. Okay, keine Sorge. Ich bringe das jetzt in Ordnung. Mal sehen. Hier muss es doch etwas geben, das ich verwenden kann. Es ist an der Zeit, dieses Problem zu lösen. Tada! Ein brandneuer Rucksack nur für dich. Wow, echt toll. So, ich gehe jetzt zur Schule. Bis später. Okay, Miss. Welchen Rucksack möchten Sie heute zur Schule mitnehmen? Nicht diesen. Der ist zu langweilig. Und aus der Mode. Okay. Sie haben noch diesen lila und diesen aus Gold zur Auswahl. Ja, genau. Den nehme ich heute mit. Ausgezeichnete Wahl, Miss Emma. Hier, bitte sehr. Sie werden bestimmt einen schönen Tag haben. Puh, gut, dass das jetzt vorbei ist. Mama, guck mal. Es wird eine Schulparty geben. Ach, wie schön. Das klingt noch wie Spaß. Aber Mama, ich brauche doch etwas zum Anziehen, oder? Ja, stimmt. Hier muss etwas drin sein, das wir gebrauchen können. Mal sehen, was das ist. Scheint etwas Blaues zu sein. Es ist ein alter Blazer. Los, ziehen an. Okay. Tja, wenigstens passt er. Ist schon mal ein guter Anfang. Ja, aber er ist mit ekligen Mist bedeckt. Der muss weg. Nicht bewegen. Ich sauge die ganzen Spinnweben mit unserem treuen Staubsauger auf. Prima. Das klappt ja toll. Jetzt dreh dich um, damit ich die Rückseite mache. Nur noch ein bisschen und... Aua. Schalte ihn aus. Hey, warte mal kurz. Das bringt mich auf eine gute Idee. Also gut, hier ist der Haargummi. Versuchen wir es mal. Oh, ich verstehe. Ich werde den Haargummi so an den Vakuumschlauch binden. Und jetzt benutze ich den Sauger, um ihr Haar zu ordnen. Und dann kann der Haargummi einfach abgezogen werden. Perfekt. Das waren die einfachsten Pferdeschwänze, die ich je gemacht habe. Ich glaube, ich bin bereit, zu dieser Party zu gehen. Vielen Dank für all die Hilfe, Mama. Du bist die Beste. Viel Spaß. Oh, warte. Du hast die Einladung vergessen. Hallo, Leute. Ich bin hier auf der Party. Hä? Annie hat Pferdeschwänze und Betty auch? Sogar Liam trägt Pferdeschwänze? Ich kann nicht Teil eines Trends sein. Ich setze Trends. Hey, du bist mein Friseur. Also musst du mein Haarproblem lösen. Okay, ich bin gleich da. Gott sei Dank bist du hier. Alle tragen Pferdeschwänze. Oh, wow. Du hast recht. Das geht gar nicht. Aber keine Sorge, ich weiß, was zu tun ist. Ich teile eine Strähne deines Haares, mache noch ein paar und wiederhole es dann auf der anderen Seite. Also gut. Du siehst schon sehr schön aus, aber ich bin noch nicht fertig. Wir müssen etwas Glanz ins Spiel bringen. Buchstäblich. Ich füge Edelsteine zu deinem Look hinzu. Perfekt. Es ist Zeit für mich, dieser Party offiziell beizutreten. Das gibt's doch nicht. Sieh dir Emma an. Sie ist umwerfend. Liam, ich meine es ernst. Sieh sie dir sofort an. Emmas Party-Look ist der Hammer. Ich frage mich, ob ich so etwas schaffen könnte. Ich habe diese Bonbons. Ich lecke ihn kurz an und er fällt ab. Verflixt. Ich glaube, das ist nichts für mich. Hm. Wo habe ich das noch hingelegt? Ich geht. Eine Maus. Eine was? Eine Maus? Im Haus? Oh mein Gott. Oh, da ist mein T-Shirt. Mist. Die blöde Maus hat es ruiniert. Es hat jetzt ein riesiges Loch. Mami. Schatz, geht es dir gut? Hat dich die Maus erschreckt? Nein, aber sie hat mein rotes Lieblings-T-Shirt ruiniert. Mein Gott. Das ist ein sehr großes Loch. Hm. Aber vielleicht kann ich etwas aus dem Nichts machen. Wir haben ein großes Loch, das weg muss. Da haben wir es. Ich habe einfach alles abgeschnitten und fertig. Jetzt muss ich mit dem Rest des T-Shirts weiterarbeiten. Ich muss aber noch ein paar Schritte machen. Keine Sorge, das wird schon. Ich werde einfach um den Ausschnitt herumschneiden und auch ihn entfernen. Gut, dann fange ich an, in der Mitte des T-Shirts zu schneiden. Aber nur auf der Vorderseite, nicht auf der Rückseite. Ich werde diese Ränder hier oben falten und dann eine Rüsche nähen. Keine Sorge, es ist kinderleicht zu nähen. Einfach raffen und den Faden durchziehen. Fertig. Einfach vorne binden und schon hast du ein süßes Crop Top. Wow, Mama. Ich bin total beeindruckt, was du da geschafft hast. Ich bin begeistert. Vielen Dank. Oh, noch eine Sache. Wir wollen nicht, dass du dich erkältest. Moment mal. Mama, dieser Schal hat auch ein Loch. Ach, diese doofen Mäuse. Wir können ihnen wirklich nicht entkommen, nicht wahr? Was ist das? Die Maus. Da läuft sie. Nee, ich habe Eis auf meine Bluse verschüttet. Verflixt. Kann dieser Tag noch schlimmer? Werden? Jetzt muss ich mich umziehen. Hm. Mal sehen. Nun mag ich keins dieser Oberteile. Mal sehen, was ich noch hier drin habe, was ich anziehen könnte. Oh Gott, sei Dank. Sie sind hier. Perfekt. Ich brauche deine Hilfe. Ach du meine Güte. Das ist eine Notsituation. Mal sehen, was ich hier habe, das funktionieren könnte. Oh, was ist mit diesem bedruckten Seidenhemd? Oh ja, das wäre gut gewesen. Hey, du hast mich verfehlt. Ups, ich wollte sie anziehen, nicht den Stuhl. Das ist schon in Ordnung. Ich habe etwas anderes, das auch funktionieren wird. Oh, die Hausmeisterei ist vorbei. Dafür sehe ich nämlich zu gut aus. Tut mir leid. Aber keine Sorge, das Beste hebe ich mir für den Schluss auf. Wie wäre es denn, wenn ich das einfach mal an mir selbst ausprobiere? Das war's. Keine schicken Möbel oder Hausmeisterinnen mehr. Das sollte genügen. Ich hoffe, dass sie sich die Kosten deckt. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Puh, was für ein Tag. Ich kann gar nicht glauben, wie schlecht sie im Kleiderwerfen war. Aber jetzt ist alles besser. Zeit zum Unterricht zu gehen. Na also geht doch. Diese niedliche Luftballon-Dekoration ist fertig. Okay, mal sehen, was wir im Kühlschrank haben. Mal sehen. Ich weiß, dass sich ein spezielles Essen geplant hat. Ah, hier ist es. Gut, dass ich es beschriftet hatte. Und jetzt die Kerze. Alles Gute zum Geburtstag, Annie. Hä? Was ist das? Was ist denn da los? Eine Überraschungsparty nur für mich? Aber natürlich alles Gute zum Geburtstag. Und jetzt wünsch dir was. Juhu. Ich kann es kaum erwarten, meinen Geburtstagskohl zu essen. Lass mich hier nur ein Blatt abreißen. So. Hm. Lecker. So frisch. Ich nehm gleich noch ein Blatt. Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz. Ich bin so froh, dass du deinen Kohl magst. Oh, für mich? Tja, ich schätze, ich könnte auch ein kleines bisschen davon essen. Wow. Schau mal, was in der Mitte meines Kohlkopfes ist. Ein Bonbon. Das ist der beste Geburtstag aller Zeiten. Es ist auch mit Orangengeschmack. Ich weiß, dass das dein Favorit ist. Genau. Aber hier ist es noch besser, wenn ich es mit dir teile. Das war der letzte Band. Und voila. Fertig. Hm. Mal sehen. Ich weiß es nicht. Wird dir das gefallen? Alles Gute zum Geburtstag, Emma, mein Schatz. Hier ist dein Kuchen. Was? Der Kuchen ist schrecklich. Das ist überhaupt nicht das, was ich wollte. Uff. Nee. Können Sie das verbessern? Nun, ich sehe mal, was ich tun kann. Vielleicht kann ich stattdessen einfach ein paar dieser Dekorationen anbringen. So. Geschafft. Und die sieht exquisit aus. Das ist wirklich anders. Ich frage mich, ob er ihr gefallen wird. Oh. Ein Cupcake auf meinen Kuchen. Toll. Aua. Mein Zahn. Oh. Mom. Warum hast du mir das angetan? Oh mein Gott. Nein. Nein, nein, nein. Es muss doch noch etwas geben. Was wir tun können. Ach ja, richtig. Sie liebt frisches Obst über alles. Mit den Produkten in dieser Schüssel können sie sicher was anfangen. Ja, natürlich. Ich bin ja schließlich ein Konditor. Wir verwenden oft Obst. Diese Ausstechformen helfen beim Design. Nein. Ich werde sie auf den Fruchtschnitten verwenden. Sie werden niedlich aussehen. Wer will schon langweilige Früchte, wenn man stattdessen Sterne und Blumen haben kann? Nun, da sie ausgeschnitten sind, ist es Zeit, den Kuchen zu dekorieren. Zum Glück ist auf der Torte genug Raum für alle Fruchtscheiben. Und schon ist der Kuchen fertig. Voila. Wie finden Sie das? Bravo. Das ist ganz sicher ein Meisterwerk von einem Kuchen. Alles Gute zum Geburtstag, Emma, mein Schatz. Und hier ist dein Kuchen. Oh wow. Ich liebe den Kuchen und ich liebe frisches Obst. Das ist so lecker. Nur das Beste für mein perfektes Geburtstagsmädchen. Alles Gute zum Geburtstag. Ich habe keinen Platz mehr für mein Bild. Was? Ich habe schon alle Blätter voll gemalt? Och, Manno, ich kann nicht mehr malen. Mama. Was ist passiert, mein Schatz? Ich habe keine Blätter mehr. Keine Panik. Schau her. Ich fahre mit dem Bügeleisen drüber und die Tinte verschwindet. Wow, Zauberei. Jetzt kann ich weitermalen. Danke, Mami. Keine Ursache, Süße. Na los, male etwas Schönes. Schau mal, Mami, meine Puppe. Das ist schön, Liebes. Mir ist jetzt langweilig. Ich spiele lieber mit dem Teddy. Och, mit dem bin ich auch fertig. Bumm, bumm. Ja, ich will neues Spielzeug. Was geht denn da vor sich? Sch, Mami mag keine lauten Geräusche. Hast du nicht einen Ausschaltknopf oder ähnliches? Na gut, nimm die Autoschlüssel. Ist okay, nimm sie. Ich wusste, dass das klappt. Das wird ganz viel Spaß machen. Wow. Das glänzt so schön. Und es gehört ganz alleine mir. Ich brauch nicht mal einen Führerschein. Schnallt euch an, es wird schnell. Sicherheit geht vor. Los geht. Bumm. Wow, ich kann gut Auto fahren. Piep, piep. Aus dem Weg. Piep, piep. Wow. Hi. Kommt euch mal mein Auto an. Das ist toll. Alles okay, Liebes? Oh, okay. Ich hab's verstanden. Das ist ein schickes Auto. Ich wünschte, ich hätte auch so ein Auto. Wenn es doch etwas gäbe, was ich tun könnte. Hä? Was ist das? Ist das ein Spielzeugauto? Heute ist mein Glückstag. Das kann ich Annie schenken. Aber damit muss sie irgendwo fahren können. Ich weiß, was zu tun ist. Leg ein weißes Shirt auf eine flache Unterlage. Zeichne mit einem schwarzen Stift eine geschwungene Linie. Zieh sie bis nach unten. Zeichne dann eine zweite Linie daneben, um eine Straße zu machen. Jetzt kommt die Straßenmarkierung. Wenn du damit fertig bist, male die Straße aus. Achte darauf, nicht die Straßenmarkierung auszumalen. Am Ende sollte es ungefähr so aussehen. Jetzt wird's Zeit, den Motor anzuwerfen. Hey, Annie. Ich hab etwas für dich. Aber das ist noch nicht alles. Wow, eine Straße. Das ist fantastisch. Bum, bumm. Das ist wie eine Mini-Massage. Das ist toll, Mama. Das ist das schnellste Auto aller Zeiten. Pass auf. Huh? Ups. Schon gut, Liebes. Ich hab nur etwas Rückenschmerzen. Heute schmeiße ich eine Party. Das wird der Hammer. Oh. Hi, Mädels. Aus dem Weg, Lose. Die haben mich voll übersehen. Wo ist meine Brille? Hallo? Kann mir jemand helfen? Was ist das für ein Licht? Gehört sie dir? Weiter kurz. Ach. Jetzt nimm sie schon wieder. Äh. Kaum zu glauben, dass ich das gehalten habe. Ich muss meine Hände desinfizieren. Schon besser. Wow. Hey, Leute. Ellie, lass uns ein Foto machen. Safi. Oh, ihr seid wirklich die Besten. Hä? Was ist das? Ein Helikopter? Wer ist das? Danke fürs Abholen. Ich liebe Übertreibungen. Echt anstrengend, so reich zu sein. Die Stunde ist so öde. Hey, aufpassen. Wir schreiben einen Mathe-Test. Ich zähle nur Geld, sonst nichts. Mir egal. Ich bin beschäftigt. Ich hab so viel für diesen Test gelernt. Stell die Gespräche ein. Hier ist der Test. Dann mal los. Ich bezahle, Leute Tests für mich zu schreiben. Oh, darauf freu ich mich. Geld regiert die Welt. Oh, bestanden. Ich danke dir für mein neues Auto. Ich mach die Fliege. Das war knifflig. Aber ich hab's geschafft. Fertig. Das war mir jeden Cent wert. Hey, Frau Lehrerin. Den können Sie wiederhaben. Dankeschön. Was für eine Zeitverschwendung. Okay, ich hab eure Tests korrigiert. Ich bin beeindruckt, Essie. Wow, eine Eins plus. Ja, danke. Eine Drei? Aber wie? Hey, wofür bezahle ich dich eigentlich? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ach, so ein Ärgernis. Hallo, Papi. Ich brauche einen neuen Nerd. Sie gehören in meinen Spind. Ich könnte ein Schloss gebrauchen. Hä? Ein geheimes Zimmer? Das ist mir noch nie aufgefallen. Hm, ich schau mich besser mal um. Wow, so viel Platz. Oh, das sieht gemütlich aus. Endlich ein ruhiger Ort zum Lesen und Lernen. Wow, das ist mir neu. Ich sollte öfters kommen. Wow, hi, Ellie. Oh, wieso? Als ob ich mit Justin reden würde. Ich kapiere gar nichts davon. Ich brauche Zeit für mich. Gut, dass ich einen exklusiven Ort zum Abhängen habe. Man braucht eine goldene Kreditkarte dafür. Das ist mehr mein Ding. Ach, mein Rückzugsort. Zeit für etwas Spaß. Oh, das sieht interessant aus. Wow, das ist so realistisch. Was für ein Tag. Ich muss mich erholen. Das sind die neuesten Sicherheitsstandards. Man kann nie vorsichtig genug sein. Oh, endlich sind sie da. Oh, endlich sind sie da. Setzen sie sich. Ich hasse es, wenn Bedienstete mit mir sprechen. Ich möchte verwöhnt werden. Okay, ich beginne mit dem Auftragen der Gesichtsmaske. Das ist die teuerste Maske auf dem Markt. Sie besteht aus Blattgold. Ihre Haut wird danach wie ein Goldnugget strahlen. Was lustig ist, denn genau so viel kostet die Maske. Deine Bezahlung. Ich liebe meinen Job. Wieso bist du noch hier? Ach, was für ein Leben. Ich weiß nicht, was ich essen soll. Die Auswahl hier ist riesengroß. Aber Papi, ich will ein Einhorn. Hey, hier drüben. Das bringe ich Ihnen sofort. Besser ist es für dich. Hier, Ihr Gericht. Bon Appetit. Wieso muss ich neben ihr sitzen? Oh, so geht das nicht. Bedienung. Danke. Hm, alles ist so armselig. Oh, das ist perfekt. Ihr Gericht, Ma'am. Ich habe einen verwöhnten Gaumen. Exzellent. Das ist nicht für jedermann. Was? Hey, du, da drüben. Ihr Geld, Madame. Hm, so lecker. Was? Das glaube ich nicht. Oh, Gold. So gut. Die beiden haben einen Vogel. Ich bin so hungrig. Ich brauche was zwischen die Beißer. Nur was? Hm. Hier gibt es irgendwie nichts. Oh, ich habe es. Die Farbe steht mir. Möge die Jagd beginnen. Aha. Groß und schleimig. Das ist wie Fast Food. Das war einfach. Was für ein Schmaus. Ich liebe Spinnen. Was? Ach ja. Die zwei habe ich ja voll vergessen. Ich muss mir einen neuen Job suchen. Was war das? Ich habe so gut geschlafen. Ich sollte mich fertig machen. Kein Wasser? Wie soll ich mich ohne Wasser waschen? Immerhin kann ich noch Zähne putzen. Wer braucht schon eine Zahnbürste? Minz frisch. Hm, okay. Das sollte reichen. Was soll ich anziehen? Okay, das ist süß. Naja. Das muss mir reichen. Nein, nein. Die Jacht ist viel zu klein. Guten Morgen. Oh, ach ja. Da muss ich mir etwas Besseres einfallen lassen. Wow, ich bin so gut. Hey, aufwachen. Juhu. Oh, dem wird sie nicht widerstehen können. Mh, Gold. Welch wundervoller Traum. Exzellente Arbeit wie immer. Ich mache nur meinen Job. Bye. Schon morgen? Wo ist mein Make-up-Handy? Hallo? Ich brauche deine Hilfe. Was kann ich für sie tun? Ich muss gut aussehen. Du musst mir einen Look schminken. Das wird sie etwas kosten. Wo ist mein Geld? Na gut. Hier. Echt jetzt? Auf keinen Fall. Alles muss man selber machen. Das ist so öde. Okay. Ich denke, wir können loslegen. Hey, wacht auf. Unser erster Absolvent ist Cheryl. Ach, meine lieben Fans. Du hast die Schule nur geschafft, weil dein Vater uns einen Pool gekauft hat. Glückwunsch. Wieso fasst du mich an? Wie geht's? Oh. Das gefällt mir nicht. Ich gehe. Macht Lärm für Cheryl. Nun kommt Ellie. Das dem Fotograf. Er soll mich von meiner Schokoladenseite ablichten. Hier ist dein Zeugnis. Yeah. Geschafft. Meine Glückwünsche. Selfie. Das ist süß. Okay. Runter von der Bühne. Und zuletzt kommt Essie. Ich bin so glücklich. Juhu. Juhu. Hier ist Papier. Ist das alles? Oh. Ich habe mir vorgenommen, nicht zu weinen. Komm her, du. Okay. Reiß dich zusammen, Kevin. Das hast du verdient, Essie. Wow. Ein Stipendium. Wow. Yeah. Du bist die Beste, Essie. Das ist der beste Tag meines Lebens. Wow. Guck dir das hier an. Ich fühle mich so besonders. Was ist das? Die Tür. Die Tür. Wow. Du würdest niemals. Ach ja? Du kannst mich nicht schlagen. Diese Beine sind zwar neu, aber auch schnell. Das glaube ich nicht. Oh. Weg da. Fass mich nicht an. Fass du mich nicht an. Ah. Und was jetzt? Und was jetzt? Oh Mann. Das stinkt. Guten Morgen, Mia. Ach. Auch heute ist der Mathe-Test. Ich weiß nichts davon. Aber das ist okay. Sch. Echt jetzt? Ich warte einfach. Fräulein Mia. Yay. Wer ist das? Ah. Hilf mir. Ah. Ah. Das nehme ich mit. Hier, nimm das. Oh nein. Ah. Autsch. Oh nein. Er entführt mich. Okay, okay. Stopp jetzt. Piu. Okay. Hut bitte. Den brauche ich für den Strand. Oh. Du hast meinen Badeanzug? Danke. Für ihr fruchtiges Getränk. Was sofort kommt. Okay. Hier ist es. Zum Wohl. Mh. Lecker. Tschüss. Warten Sie auf mich. Okay. Das war die letzte Karteikarte. Oh. Das schreibe ich besser auf. Hi Mama. Beachte mich einfach nicht. Dieses Zimmer ist ein Saustall. Und was soll dieser Quatsch? Das liegt hier nur rum. Die Schrift ist so klein. Naja. Die Schnipsel können weg. Mama. Was machst du da? Das kann ich nicht mehr lesen. Die sind total schmutzig. Unglaublich. Oh Liebes. Ich kriege das wieder hin. Nur noch ein paar Minuten, Leute. Fast fertig. Hallo. Lassen Sie sich nicht stören. Aha. Ich putze hier nur. Hey. Vorsichtig mit dem Feger. Interessiert? Was? Mama? Ja, genau. Okay. Lehn dich etwas nach unten. Jupp. Perfekt. Beweg dich nicht so schnell. Ich werde den Test sowas von bestehen. Oh. Ich habe Nummer 5. Oh. Was liegt da für Müll rum? Wann wurde hier das letzte Mal sauber gemacht? Hausmeister Mama kommt zur Rettung. Dieser Raum ist gleich blitzblank. Oh. Warte. Ja. Was geht da vor sich? Warte. Halt still. Oh nein. Absolut nicht. Hä? Oh. Ich äh. Ich brauche deinen Test nicht zu benoten. Ich habe dir bereits eine 6 gegeben. Äh. Ich habe es versucht. Das ist total beschissen. Ich hasse es, arm zu sein. Das ist das langweiligste Wochenende aller Zeiten. Wer hat den Karton in den Müll geworfen? Aus dem kann ich was machen. Mal sehen. Hier scheint eine gute Stelle zu sein. Ich muss den nur aufstellen. Okay. Was jetzt? Ah. Ich gehe nie ohne Kater aus dem Haus. Gut, dass der extra scharf ist. Und was mache ich jetzt? Ich Dummerchen. Ich brauche dieses Teil. Wenn das hier aufgeschnitten ist, kann ich den aufmachen. Hat genau die richtige Größe für mich. Aber die Sonne brennt ganz schön. Nichts, was ein Dach nicht beheben kann. Und natürlich Klebeband. Hoffentlich klebt das auch richtig. Eine andere Farbe wird hier cool aussehen. Und hier auch. Erkennst du schon das Design? So, fertig. Mein eigenes kleines Haus. Ist das nicht bezaubernd? Hm. Mal sehen. Hm. Hm. Oh nein. Bitte nicht regnen. Bitte nicht. Ich komme einfach nicht zur Ruhe. Ava? Ava? Ava! Halte durch. Mama kommt. Mein Baby. Du musst durchhalten. Hier. Schon besser. Wow. Danke, Mama. Es ist eiskalt draußen. Ich habe es gleich drauf. Das ganze Scrollen ist anstrengend. Egal. Ich werde was lesen wie früher. Warte. Ist das verkehrt rum? Ich kann es nicht sagen. Ich gebe auf. Äh, hallo? Bitte sehr. Zwei von drei. Uh. Ach, du hast gewonnen. Aha. Besser. Äh, äh. Wow. Sie sind schnell. So. Haha. Ups. Hey. Jetzt geht's richtig los. Warte. Ich muss mein Insta checken. Okay, mir reicht's jetzt. Meine Fliege. Nicht cool. Und das kann ich noch besser. Die Unterwäsche ist ja witzig. Äh. Okay, damit kann man nichts falsch machen. Vielleicht doch. Ach, hier drin ist es stickig. Grüner Regen kühlt mich immer ab. Wann hatte ich was zu essen? Butler? Oh, hey. Ja? Oder nein? Nein. Tschüss. Fräulein? Oh, was ist da drin? Dampfende heiße Eier? Aha. Wie wär's mit nein? Es ist zu heiß dafür. Okay. Hey. Ich weiß was. Warten Sie. Heute ist es ganz schön kühl hier. Was war das für ein Geräusch? Hm? Ah. Tu mir nicht weh. Oh. Mach's gut. Das hier ist Hand verlesen. Das hier ist Hand verlesen. Dahin. Was immer Sie sagen. Ist wirklich eine Schönheit, was? Ich schätze. Okay. Fantastische Soße. Ah. Oh. Ich äh. Egal. Was ist hier überhaupt drin? Was? Das ist fantastisch. Meine Lieblingssüßigkeiten sind hier drin. Endlich ein Ei, das ich mag. Hm. Er wird wieder okay. Mama. Mein Magen knurrt wie verrückt. Lass mich nachdenken. Warte eine Minute. Ich habe hier frische Eier. Sehen die nicht toll aus? Und ab. Oh. Mama, nein. Nicht. Das Ei. Guck, wie es fliegt. Ich fange es. Wow. Ich hab's. Juh. Ich bin gerade um zehn Jahre gealtert. Kannst du das glauben? Es hat keinen einzigen Kratzer. Hey. Ich weiß. Ich hätte eine Jacke mitnehmen sollen. Brr. So kalt. Oh nein. Nicht das Ei. Oh Mann. Du bist ja eiskalt. Aber ich hab das Ei gerettet. Es ist gefroren und geht nicht kaputt. Siehst du? Man kann die Schale einfach abmachen. Siehst du? Es ist fest. Als ob es hart gekocht ist. Ist es aber nicht. Ich nehme ein scharfes Messer. Vorsichtig mit den Fingern. Die kommen in die Pfanne. Keine Bange. Die bleiben nicht roh. Ein kleines Feuer wärmt sie auf. Siehst du wie sie garen. Ist wie ein Haufen Mini-Eier. Und fertig. Okay. Lass mich mal probieren. Was würde ich nur ohne dich tun? Danke Mama. Hi du. Wow. Hey Glitzer-Lady. Komm vor. Mach Platz. Genieß den Abend. Hey. Und ich. Oh. Das ist so ungerecht. Ich sehe so schäbig aus. Hey. Wo hast du das überhaupt gefunden? Ugh. Ich fühle mich irgendwie schlecht. Aber ich denke ich kann dir helfen. Siehst du diese Tüten? Die? Lass dich überraschen. Ein paar Mal wickeln und knoten und du hast ein neues Kleid. Wow. Das gefällt mir. Aber du solltest nicht nach Müll riechen. Dieser Duft ist mein Favorit. Uh. Versuchen wir es nochmal. Kann meine beste Freundin rein? Ich hab ein Kleid an. Geht klar. Kommt rein. Viel Spaß Ladies. Ich war noch nie in so einem Club. Wer hätte gedacht, dass Plastik so modisch ist. Ich fühl mich wie ein Superstar. Ist hier irgendwas Gutes drin? Volltreffer. Und ein frisches Exemplar. Mami wird heute Abend die Nieren. Hast du was Kleingeld übrig? Wie wär's mit dem Opfel. Bis später. Was für eine großzügige Seele. Dieser 10 Dollar Cupcake ist göttlich. Beschmutz mich nicht mit deinem Gestank. Du hast Hunger, hm? Hier. Denkste. Als ob ich mein Essen an dich verschwende. Loser. Ach, das Straßenleben. Das war's. Zeit, diesem Mädchen eine Lektion zu erteilen. Reich wird arm. Und arm wird reich. Hä? Was ist hier los? Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Das gilt nur für dich. Meine Arbeit ist getan. Auf Wiedersehen. Ich langweile mich hier zu Tode. Ich könnte einen Snack vertragen. Butler? Hallo? Ich sagte... Hallo? Bin wohl auf mich allein gestellt. Moment. Ist das ein Kühlschrank? Mein Glück kommt wieder. Klopf, klopf. Ich kann doch dieses Zeug nicht essen. Wer hat das überhaupt hier reingestellt? Das ist praktisch schon vergammelt. Was? Ich könnte noch daran knabbern. Ich verliere wohl meinen Verstand. Okay. Wo ist es hin? Und sie hat mein Müll geklaut. Gut, dass ich hier noch mehr drin habe. Oh, bitte gib mir was zu essen. Ich sterbe noch hier draußen. Ich habe nichts drin. Vielleicht, wenn ich es mir ganz doll wünsche. Ich habe keine andere Wahl. Ich habe keine andere Wahl. Nein. Yes. Was ist hier los? Das hört gar nicht mehr auf zu klingeln. Oh Gott. Wer ist da? Alles für mich? Na, daran könnte ich mich gewöhnen. Ich liebe Äpfel. Sehe ich okay aus? Meine Füße könnten ruhig etwas Hilfe gebrauchen. Gibt es hier irgendwo Ersatzsachen? Ich höre, du brauchst Schuhe. Nimm die. Äh, danke Müllmann. Ist da noch irgendwas sauberes drin? Die Naus. Die sind wohl besser als gar nichts. So viel Dreck. Als ob der daran festklebt. Primitives Leben ist einfach nichts für mich. Dieses Zeug könnte meinen Tag retten. Nagellackentferner entfernt auch Flecken. Etwas davon auf ein Wattepad gießen. Und dann die schmutzige Oberfläche abreiben. Weiter so. Fast geschafft. So gut wie neu. Und super süß. Tada. Kannst du mir auch mit denen hier helfen? Da bist du auf dich gestellt. Oh, ich hab die letzte Nacht echt gut geschlafen. Nein. Bitte sag mir, dass das keine Kacke ist. Warum passiert mir das immer? Hey. Als ob es nicht schon schlimm genug wäre. Das kann nicht gesund sein. Irgendwas Gutes hier drin? Da sehe ich doch einen kleinen Snack. Mh. Hey. Dieser Vogel ruiniert mein Leben. Dafür muss er dann wohl büßen. Was leckeres zu essen ist schon fertig. Ist es denn schon morgen? Das Licht leuchtet hier wirklich schön. Ist das mein Frühstück? Danke. Ich bin auch richtig hungrig. Oh, ähm. Möchtest du servierten? Okay. Was immer du willst. Aber versuchen wir es so. Das war peinlich. Danke. Das sieht wirklich köstlich aus. Mh. Das ist so süß. Deine Gabel. Hm? Es scheint, als hätte es dir geschmeckt. Wenn man Hunger hat, muss man essen. Zum Glück sehen meine Nägel gut aus. Entschuldigung. Ich möchte hier bitte wischen. Ach, wirklich? Zu gut, um sich zu bewegen. Was? Okay. Gut. Ich gehe schon weg. Dann esse ich halt einen Snack, während ich warte. Yum. Ziemlich gut. Okay. Hey. Fast fertig. Das hier brauche ich nicht mehr. Komm und hol's dir. Ach. Niemand hört auf mich. Blitze blank. Wow. Ich falle. Oh. Was ist da gerade passiert? Ich sehe Sterne. Ups. Mein Fehler. Was ist denn hier los? Tut mir leid. Ach ja. Diese Kinder sind so eingebildet. Dem können wir einen Riegel vorschieben. Du hast deine Stelle übersehen. Ja. Genau da. Das ist der schlimmste Tag aller Zeiten. Diese Outfits habe ich alle schon. Ist schon Snackzeit? Das ist schon der dritte heute. Was für leckere Kekse. Nein. Ein bisschen Schmutz hat mir noch nie geschadet. Kate. Nein. Du bist viel besser als das. Es mag es nicht, diesen Kekse anzufassen. Gerettet. Bist du okay? Das hättest du nicht tun müssen. Hier. Entspann dich erstmal. Du hattest einen wirklich anstrengenden Tag. Siehst du? Der ist noch gut. Nein. Bitte. Ich bestehe darauf. So. Und jetzt spüle sie damit runter. Wenn du glücklich bist, bin ich auch glücklich. Mein Meisterwerk ist gleich fertig. Ah. Das kommt bestimmt ins Museum. Hey. Das ist Justins Bild. Oh. Das ist viel besser als meins. Vielleicht, wenn ich blinze, sieht man es dann besser aus. Ach. Wem mache ich schon was vor. Das ist mies. Bin gleich wieder da. Ich muss nur die Späne wegwerfen. Ich will das auch so hinbekommen. Warte. Vielleicht kann ich das ja. Dafür brauche ich nur Frischhaltefolie. Ich lege sie einfach über das Bild. Und dann male ich da drauf. Ich muss nur den Umriss nachzeichnen. Das ist so einfach. Mann, bin ich genial. Ich wette, das machen all die großen Künstler so. Ich kopiere es ja nicht. Ist nur zur Inspiration. Dann nehme ich die Folie runter. Und lege sie andersrum auf das leere Blatt. Mit einem Nudelholz übertrage ich die Tinte. Tada. Sieht toll aus. Justin, guck mal, was ich gemacht habe. Wie cool. Sieht aus wie meins. Erstaunlich. Clevere Köpfe denken ähnlich was. Wir sind so talentiert. Schlag ein Kumpel. Oh yeah. Deshalb sind wir beste Freunde. Hm, die Hausaufgabe ist echt schwer. Warte, was war das denn? Ich kapiere nichts davon. Das macht doch alles irgendwie keinen Sinn. Oh nein, die Formeln. Sie multiplizieren sich. Lass mich in Ruhe. Du hast versagt, Justin. Und das macht mich glücklich. Was ist denn das für ein Kumpel? Oh, das gibt eine Beule. Dreht sich der Raum oder... Ach, bestimmt nur eine Gehirnerschütterung. Was ist denn los, Kumpel? Warum ist Physik so schwer? Ich kapiere einfach gar nichts. Ich werde bei der Klassenarbeit durchfallen. Au, mein Kopf. Gib mir eine Sekunde, Sportsfreund. Und ich muss ein Pflaster drauf machen. Oh, ganz schön fies. Ich muss vorsichtiger sein. Ach, schon besser. Was? Das ist hier viel wichtiger, Papa. Ich will doch keine 6 bekommen. Du musst halt einfach lernen. Ich versuch's ja, aber ich vergesse das immer wieder. Warte, ich hab's. Das ist die richtige Einstellung, Justin. Hä? Nein, ich rede vom Pflaster. Die hier nehme ich. Mit denen wird's gehen. Keine 6 für mich. Ich entferne die Folie vom Pflaster. Und klebe da das Blatt mit den Formeln drauf. Das kommt in die Mitte des Pflasters. Nun habe ich die Lösung griffbereit. Ich werde diese Arbeit mit links bestehen. Oh, ich hab so dolle Schmerzen. Oh, was ist denn mit dir passiert? Das ist noch zu frisch. Ich will nicht drüber reden. Die Klassenarbeit wird aber trotzdem geschrieben. Oh, natürlich. Ich freue mich schon drauf. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Das denken auch nur sie. Ich ziehe das Pflaster ab. Und da habe ich alles, was ich brauche. Komm schon. Ist doch clever, oder? Ich dachte, wir haben jetzt Kunst. Warum habe ich nicht gelernt? Das kriege ich doch niemals hin. Moment mal. Der Lehrer ist abgelenkt. Das ist meine Chance. Ich muss nur subtil vorgehen. Was wäre ich nur ohne mein Telefon? Genau das brauche ich jetzt. Und so bekommt ihr die Lösung raus. Wenn ihr das gemacht habt? Was ist denn da hinten los? Ist das ein Telefon? Haha, nichts kann mich aufhalten. Ist das so? Äh, stehen sie da schon lange? Lange genug. Gib mir das Handy her. Du enttäuscht mich sehr, Alex. Beende jetzt die Arbeit. Na los. Unfassbar. Ja, ja, egal. Er hat zwar mein Handy, aber ich habe noch meinen Snack. Und diese Chips haben eine besondere Zutat. Die Lösungen. Und das Beste ist, ich kann die Chips einfach später essen. Soll das ein Witz sein? Ich habe irgendwie das Gefühl, beobachtet zu werden. Aber wahrscheinlich ist es nichts. Chips? Für mich? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Nicht schon wieder. Da bleibt mir nur eins übrig. Die hast du dir verdient. Ach, das fühlt sich gut an. Und nun, raus mit dir. Sie sind gemein. Oh, so schlimm, mein Kleiner. Das ist so ungerecht. Was ist passiert, Sportsfreund? Ich habe eine Sextat, obwohl ich mich angestrengt habe. Ach, nicht traurig sein. Hm, hey, ich glaube, ich weiß, was wir machen können. Zuerst entferne ich den Griff von meiner Lupe. Dann brauche ich eine Papprolle. Ich stelle sie oben auf die Linse. Und mit Kleber fixiere ich das alles. Ich gehe mit der Klebepistole um den Rand herum. Als nächstes brauche ich rotes Tape. Ich wickele es um die Linse. Das soll nämlich auch gut aussehen. Bitte sehr, Alex. Das wird dein Problem lösen. Was ist das? Halte es vor dein Auge. Bin gleich wieder da. Hey, guck dir das an. Was? Oh, hab's kapiert. Ich kann die Lösung sehen. Das ist ja cool. Okay, die Klassenarbeit wartet. Ich hab mir extra schwere Aufgaben ausgedacht. Ich bin sehr zuversichtlich. Das sagen sie alle. Fang jetzt an. Ich weiß eh, dass du scheitern wirst. Ich erwarte auch nichts anderes. Come on, Dad. Wo bist du? Nope, das ist ein Baum. Meine Tarnung ist perfekt. Alex, hier drüben. Perfekt. Ich wusste, dass du mich nicht hängen lässt, Dad. Oh, hast du was gesagt? Was macht er da? Hier stimmt doch irgendwas nicht. Dem muss ich nachgehen. So weit, so gut. Ähm, was ist hier los? Äh, gar nichts. Ich weiß nicht, was sie meinen. Hier, schauen sie sich das an. Das werde ich auch tun. Hm, da ist nur ein seltsamer Arbeiter. Uh, da halte ich natürlich. Hm, scheint alles in Ordnung zu sein. Vielleicht habe ich dich falsch eingeschätzt, Alex. Puh, das war knapp. Wow, der Typ kann vielleicht quatschen. Und nichts davon ergibt Sinn. Und es ist wichtig, dass ihr das lernt. Das kommt in der Klassenarbeit dran. Alles, was ich höre, ist bla 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 bla. Aber ich weiß, wie diese Stunde besser wird. Mit Snacks. Von dem ganzen Zuhören bekomme ich eh Hunger. Oh, süßes, süßes Bonbon. Moment, höre ich da das Rascheln von Bonbonpapier? Das werde ich so richtig genießen. Was tust du denn da? Nicht cool, Kumpel. Du kennst die Regeln. Keine Snacks im Unterricht. Das nehme ich. Und auch den Rest. Da kann man nichts machen. Sind das auch richtige Bonbons? Oh ja, bestehen zu 100% aus Zucker. So, wo war ich? Okay, Snacks sind nicht erlaubt. Aber er hat nichts von Limo gesagt. Hm, die wird aufbringen. Aber ich muss vorsichtig sein. Ich halte die versteckt. Er hat keine Ahnung. Warte. Wo ist er hin? Wah! Ich meine, die geht's. Ich glaube, die gehört mir. Äh, wie ist die denn da hingekommen? Das ist deine letzte Warnung, Alex. Er hat mir den Rücken zugebrillt, jetzt aber schnell. Oh nein, das tust du nicht. Was? Sieh's ein. Ich bin's so gut. Den werde ich entsorgen. Ich war so nah dran. Ich konnte ihn schon schmecken. Ich behalte dich im Auge. Mann, der ist voll anstrengend. Na gut, das war's dann jetzt. Hey, mein Klebestift. Der bringt mich auf eine Idee. Ich glaube, damit kann ich was anfangen. Zuerst muss der Kleber da raus. Dann das Innere des Rohrs reinigen. Und nun brauche ich meine Lieblingssüßigkeit. Die drücke ich zusammen. Bis ich eine super Bonbonkugel habe. Und in die drücke ich das Rohr. So wird's komplett gefüllt. Dann mache ich vorsichtig den Rest ab. Das hebe ich mir dann für später auf. Nun habe ich einen Bonbonstick. Wenn ich den runterdrehe, kommt oben das Süße raus. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und niemand wird irgendwas ahnen. Mh, lecker. Moment mal, was ist das für ein herrlicher Geruch? Nicht schon wieder. Rieche ich hier Süßigkeiten? Was? Äh, nein, würde mir nicht im Traum einfallen. Mh, irgendwie glaube ich dir nicht. Ich muss das wohl mal überprüfen. Kein Problem, hier gibt's aber nichts zu sehen. Ich benutze einfach nur meinen stinknormalen Klebestift. Ist das so? Mh, vielleicht sagt er ja die Wahrheit. Ich sehe jedenfalls keine Süßigkeiten. Mh, da habe ich mich wohl geirrt. Das denke ich auch. Wenn's ihnen nichts ausmacht, ich muss hier noch was kleben. Mh, voll lecker. Der Unterricht ist doch nicht so übel, hm? Ein neuer Tag zum Geldverdienen. Ich lass nicht jeden in die Klasse. Bleib da stehen. Weißt du nicht, wer ich bin? Warte, bis Vater davon erfährt. Darüber wird er nicht erfreut sein. Okay. Oh, ist nur Kleingeld. Das lass ich einfach liegen. Oh, reiche Kinder. Die Wache ist unheimlich. Sie macht mir Angst. Okay, los, jetzt. Ich schaff das. Einfach normal verhalten. Stopp. Äh, ist das Ding sicher? War klar, dass es das anzeigt. Nein, du kommst hier nicht rein. Hau ab. Du bist arm. Musst ja nicht gleich so gemein sein. Was zum... Oh. Autsch. Das tat weh. Worauf bin ich gelandet? Hä? Sind das Diamanten? Wow, das sind Diamanten. Ähm. Fällt ihnen eine Veränderung an mir auf? Vielleicht ein bisschen Glitzer? Also, darf ich jetzt rein? Ich lass das den Scanner entscheiden. Ich hab ein gutes Gefühl dabei. Hä? Da steht reich. Das verstehe ich nicht. Aber der Scanner lügt nicht. Geh rein. Wirklich? Ich meine, alles klar. Ich bereite mich auf den Unterricht vor und hole meine Bücher raus. Mal sehen, was heute drankommt. Hoffe, was interessant ist. Oh gut, ich bin pünktlich. Der Jet musste zum Tanken zwischenlanden. Können wir endlich anfangen? Ich hab einen Tisch reserviert. Wow. Was für ein cooles Notizbuch. Ich weiß, ist was Besonderes. Aber warte, bis du das siehst. Nein, unmöglich. Check mal mein Handy. Unfassbar, was ich da sehe. Ich möchte es anfassen. Oh nein. Ziemlich cool war's. Heute bin ich in Cupcake-Stimmung. Das kommt auf mein Notizbuch. Sieht fantastisch aus. Ist okay, neidisch zu sein. Mein Notizbuch ist langweilig. So schöne Dinge kann ich mir nie leisten. Oh, das Leben ist ungerecht. Warte mal. Ich weiß, was ich mache. Zuerst schneide ich die Bilder aus. Hm, das macht Appetit. Okay, das ist das Letzte. Jetzt geht's weiter. Ich hätte mich mal ans Rezept halten sollen. Achtung, ich komme. Ich darf doch. Ich muss nur das Richtige finden. Aha. Danach habe ich gesucht. Nein, nicht das Croissant. Ich brauche das Backpapier. Jetzt ganz vorsichtig. Er darf mich nicht erwischen. Das perfekte Verbrechen. Noch ein bisschen weiter. Ich habe das Backpapier in Quadrate geschnitten. Auf die lege ich die Bilder. Die überklebe ich jetzt mit Tape. Das muss glatt rauf. Ich will keine Falten haben. Jetzt schneide ich die aus. Das mache ich ganz vorsichtig. Ich muss dem Umriss folgen. Sieht gut aus. Jetzt ziehe ich das Backpapier ab. Und klebe das auf mein Notizbuch. Sieht gut aus. Das mache ich auch mit den anderen. Wow, sieht schon viel besser aus. Darf die Pizza nicht vergessen. Hey Alex, guck dir das mal an. Was? Die Farben, die Bilder. Wow, gefällt mir. Das freut mich wirklich. Was ist das für eine Brühe? Hi, ich nehme eine Schüssel davon. Dafür war ich in der Kochschule. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ich nenne das grünes Zeug. Hier, bitte sehr. Ist ein bisschen schleimig. Warte kurz. Lassen Sie sich Zeit. Runter von meiner Kelle. Wer braucht schon eine Schüssel? Habt's. Äh, genieß es. Guck dir das an. Gratis essen? Das esse ich auf keinen Fall. Ich bestell was. Mh, das sieht gut aus. Durch die Klumpen hat man was zum Beißen. Lecker. Ich hau gleich rein. Das ist total ekelhaft. Wie kann sie das nur essen? Butler? Ah, das ist besser. Danke, Butler. Ich bevorzuge die köstlichen Dinge des Lebens. Und nichts ist besser als frisches Sushi. Das sieht köstlich aus. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Warte. Was ist das für ein Summen? Das ist eine Fliege. Und die sitzt auf meinem Sushi. Was soll ich tun? Alles ist ruiniert. Ich muss kotzen. Ist doch keine große Sache. Ist doch eine Fliege. Hey Alex. Kann ich das haben? Bedien dich. Hoffe, dir geht's besser. Hau ab, Fliege. Mh, schick. Das ist echt gut. Unfassbar, dass ich auf dem Boden sitzen muss. So kann ich kaum arbeiten. Hä? Regnet das Geld? Was ist hier los? Und sie haben mir einen Diamanten gegeben. Nur ein. Unglaublich, oder? Der Unterricht fängt gleich an. Oh, auf die Sekunde genau. Oh, ich muss los. Wir quatschen später. Wo willst du hin? Bleib da stehen. Was gibt's für ein Problem? Lass dich mal anschauen. Ich hab keine Zeit für sowas. Das hab ich mir gedacht. Du triffst kein Hemd. Das werden wir ja noch sehen. Vater. Schick den Hubschrauber sofort. Oh, was ist hier los? Ist das eine Entführung? Halte sich, wer kann. Oh, meine Sonderlieferung. Danke, Leute. Genau, was ich brauche. Dann leg ich's mal an. Das sollte reichen. Ich steck's nur noch rein. Das soll ja auch gut aussehen. Ha, das tue ich immer. It's Showtime. Kann ich jetzt zum Unterricht? Hm, schauen wir mal. Oh, viel besser. Du erfüllst die Anforderungen. Entschuldige die Unannehmlichkeiten. Oh, vielen Dank. Und was mach ich? Vielleicht kann ich mein T-Shirt verstecken. Bleib stehen. Ich muss dein Outfit sehen. Hör auf, dich zu bewegen. Ich mag dieses Spiel. Still, still. Es reicht. Tada. Netter Versuch. Aber ich will zum Unterricht. Hey, ich habe eine Idee. Ich schneide ein Blatt so zurecht. Das lege ich um meinen Hals. Und ich habe einen niedlichen Kragen. Los geht's. Wow, ich bin beeindruckt. Das ist ein schöner, weißer Kragen. Geh rein. Danke. Guck dir das an, Alex. Ziemlich schick, was? Ich ziehe italienische Seite dem Papier vor. Aber ich mache meine eigenen Regeln. Ich trage keinen Kragen. Das gehört in den Müll. Wirklich? Ich hole besser was zum Schreiben raus. Oh, ganz vergessen. Dann muss ich wohl das nehmen. Modisch und praktisch. Ich wette, dein Hemd kann das nicht. Oh, puh. Das ist schwer. Und so viel zu lernen. Erzähl mir was Neues. Ich kapiere nichts davon. Das macht alles keinen Sinn. Überall liegen Blätter rum. Ich muss mich besser organisieren. Dann fange ich mal an. So machst du das. Ich nutze lieber das hier. Hä? Was ist das? Schau's dir an. Ich stecke das Blatt hier rein. Dann drehe ich den Griff. Und das Blatt wird geschreddert. Geht schnell und einfach. Wow. Das ist fantastisch. Ich hätte auch gerne einen Schredder. Hm. Ich weiß. Ich habe einen Schredder. Die machen das genauso gut. Und das fühlt sich gut an. Alles erledigt. Hm. Aber auf meinem Tisch türmt sich immer noch ein riesiger Papierberg. Das ist echt interessant. Wow. Jemand hat seine Limo stehen lassen. Und in der Dose ist noch was drin. Träumig. Die werde ich genießen. Oh ja. Die schmeckt noch frisch. Das ist voll lustig. Hey. Das sind echt viele Snacks. Ich kann nicht erst nur mein Telefon halten. Ich stelle sie hier hin. Na los. Brauchst du Hilfe? Schon gut. Ich habe es gleich. Bist du dir da sicher? Ist schwer mit anzusehen. Ich weiß, was zu tun ist. Ich mache eine Delle in die Dose. Versuch's damit. Wow. Fantastisch. Das ist perfekt. Du bist ein Genie. Chips? Unfassbar. Ich habe nur sechs. Mom darf das nicht sehen. Aber ich weiß schon, was ich tue. Ich gehe mit dem Glätteisen drüber und die sechs verschwindet. Wie vom Zauberhund. Oh oh. Da kommt Mom. Ich muss mich beeilen. Eine Eins plus habe ich mir wohl verdient. Was ist denn hier unten los? Gina, bist du schon zu Hause? Oh hey Mom. Ich habe mein Testergebnis. Warte. Lass mich mal sehen. Oh nein. Das war es jetzt bestimmt. Ich bin so stolz auf dich, mein Schatz. Offensichtlich hast du den Verstand von mir. Sicher Mom. Und meine Hinterhaltigkeit von Dad. Puh. Ich habe es geschafft. Ich dachte schon, ich komme zu spät. Äh. Okay. Wo ist mein Notizbuch? Oh. Ich wünschte, ich könnte den Tisch wegrücken. Ah. Da ist es ja. Oh. Was ist das? Nein. Ich habe mich vermalt. Toll. Das kann ich nicht mal wegradieren. Äh. Hey. Wie geht's? Hast du einen Radierer? Klar. Gib mir eine Sekunde. Ich habe bestimmt einen hier drin. Wo ist der denn nur? Oh. Ganz schön viel Schrott. Ich bedauere das jetzt schon. Warte. Ich weiß, der ist hier. Sorry. Ich finde ihn einfach nicht. Oh. Okay. Äh. Hey. Was ist das? Was meinst du? Ah. Da ist er ja. Danke. Das war seltsam. Ich sollte wirklich mal meinen Rucksack aufräumen. Warte. Ich halte das nicht mehr aus. Ich werde dir helfen. Und ich habe genau das Richtige. Ich nehme ein dickes Blatt und falte es in drei Teile. Eine Seite klappe ich um. Dann trage ich Kleber auf die Kante auf und klebe die andere Seite an. Das muss richtig festkleben. Dann trage ich Kleber hier oben auf. Und falte es in der Mitte. Wie ein Umschlag. Und das stelle ich auf die Seite. Ich habe noch mehr in anderen Farben gemacht. Sieht aus wie ein Regenbogen. Nun wirkle ich Schaumstoff drum und klebe einen Kettverschluss dran. Aus buntem Schaumstoff mache ich dann Einhorngesichter. Es ist eine süße Brieftasche. Hier bitte sehr. Das ist für dich. Wow. Hast du das gemacht? Fantastisch. Wow. Schau mal. Da drin ist Platz für all meine Sachen. Ich werde es gleich mal einweihen. Genau was ich gebraucht habe. Perfekt. Ich glaube das war dann alles. Ich habe Hunger. Ich brauche einen Snack. Ich glaube ich habe noch was hier drin. Zumindest dachte ich das. Oh. Keine Sorge. Ich habe was für dich. Das ist mein Dankeschön an dich. Was? Wie hat das denn da reingepasst? Aber ich beschwere mich nicht. Meine Lieblingssorte. Ach, da kommt doch nichts raus. Oh nein, nein, nein. Gehen Sie weg. Bleiben Sie mir vom Hals. Du kannst weglaufen, aber du entkommst mir nicht. Können wir nicht drüber reden? Ich will nur deine Note sehen. Sie wird niemals aufgeben. Hey Gina. Nein. 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 Was hast du getan? Warum hast du das gemacht? Tut mir leid. Das war anversehen. Komm, ich helfe dir, ja? Hm. Ich finde die Kappe nicht mehr. Ah, ich weiß, was ich da mache. Das müsste klappen. Wir können die Puppe nehmen, jedenfalls ihren Kopf. Ich ziehe den vom Körper ab und drücke ihn auf die Klebeflasche. Dann festdrehen, damit er auch hält. Hey, das gefällt mir sehr gut. Nun her mit den Noten. Du musst dich beeilen. Wow, ich drücke die Flasche und der Kleber kommt raus. Sieht aus wie Schnodder. Irgendwie eklig, aber auch lustig. Das hat perfekt funktioniert. Ich klebe es auf den Test und niemand wird es bemerken. Puh, ich bin drin. Halte Ausschau nach der Lehrerin. Wow, das ist ja super. Gut gemacht, Wendy. Bye bye, Sex. Hallo, Eins Plus. Und gerade noch rechtzeitig. Da seid ihr ja. Ich brauche noch eure Testergebnisse. Zeig mir deinen Test. Äh, hier ist er. Zeig keine Angst. Hm, ich bin überrascht. Gut gemacht, Gina. Und was ist mit dir, Wendy? Äh, okay, meine Note. Tada. Auch eine Eins Plus? Wow, ich dachte, du wärst durchgefallen. Super gemacht, Mädels. Moment mal, was ist das? Ich werde euch Kinder nie verstehen. Äh, die nehme ich. Cool bleiben. Puh. Ich fühle mich gar nicht gut. Krank sei nervt. Mama, ich fühle mich krank. Hm, ich hab schon Schlimmeres gesehen. Als ich in deinem Alter war, hat mich nichts davon abhalten können, in die Schule zu gehen. Na los, nun steh schon auf. Schnapp etwas frisch in Luft, dann geht's dir gleich viel besser. Nee, nee. Da muss ich schon schlauer sein, so wie ich. Diese Feder wird mir dabei nützlich sein. Ha, 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 tschi. Hey, hast du etwas schnupfen? Lass mich mal sehen. Oh nein, meine Kleine ist krank. Ich sollte in die Schule gehen. Du gehst nirgendwo hin, außer zurück ins Bett. Danke, Mama. Das war einfach. Echt jetzt? Wie hat sie das geschafft? Der Unterricht ist echt langweilig. Gut aufpassen. Das hier ist wichtig. Was war das? Was ist da los? Polizei. Keiner bewegt sich. Ich werde die Strafzettel bezahlen. Versprochen. Ich hab's nur vergessen. Was? Von Strafzetteln will ich nichts wissen. Ich bin wegen ihr hier. Gabi? Zum Glück. Sie sitzt dort. Nehmen Sie sie ruhig mit, Herr Polizist. Ich? Aber ich hab nichts gemacht. Ja, ja, das sagen Sie alle. Hände hinter den Rücken. Aber hab doch gewusst, dass sie Dreck am Stecken hat. Ich bin unschuldig, wirklich. Gut gemacht. Ich schulde dir was. Den brauch ich nicht mehr. Ich bin ein überzeugender Polizist, stimmt? Zahlen, bitte. Das war's mir wert. Hier, bitte. Danke. Oh, hey. Her mit den Süßigkeiten. Alle beide nachsitzen. Nein, alles nur das nicht. Wir haben doch nur Spaß gemacht. Oh Mann. So interessant. machen würdest. Hier muss es doch etwas geben, mit dem ich zumindest spielen kann. Moment mal. Schwein? Der könnte noch nützlich werden. Die wird ihr blaues Wunder erleben. Die Arme. Sie ahnt nicht, was gleich passiert. Das wird lustig. Oh, hi. Das war knapp. Ich muss schneller sein. Das reicht. Hä? 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 Schieße. Ihhh. Puh. Das ist total widerlich. Entschuldige. Hatte kein Taschentuch zur Hand. Ah. Wer unterbricht mich? Und wer schreit hier so herum? Frau Lehrerin, schauen Sie, was ihr angerichtet habt. Diese Klasse muss ich zusammenreißen. Aber du bist das Letzte. Nimm es mir nicht übel. Okay. Wer ist als nächstes dran? Hä? 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 Tschüss. Oh mein Gott. Wie ekelhaft. Entschuldigung. Liegt an meiner Allergie. Kann ich gehen? Ja. Du darfst gehen. Nun geh schon. Super. Danke. Bin dann mal weg. Puh. Ja. Der Plan ging auf. Jetzt kann der Spaß beginnen. Hey. Oh. Schon wieder morgen? Ich bin so müde. Am liebsten würde ich liegen bleiben. Dann stehe ich mal auf. Moment. Ich schreibe heute einen Test? Dabei habe ich nicht mal gelernt. Was mache ich denn jetzt? Denk nach. Nein. Das bringt alles nichts. Dann werde ich wohl eine schlechte Note schreiben. Ich sollte mich damit abfinden. Moment. Moment. Da fällt mir ein. Ja. Das könnte klappen. Oh nein. Mir geht so schlecht. Wenn meine Kinder doch nur Ordnung halten könnten. Das klingt ja gar nicht gut. Mir geht so schlecht. Gabby? Alles okay? Mach die Tür auf. Bist du krank? Mir geht's gut, Mama. Nein. Dir geht's nicht gut. Mach die Tür auf, Liebling. Mein Arzt, Baby. Was habe ich noch gestern gegessen? Warum lernen, wenn ich schon so clever bin? Keine Sorge. Ich weiß, was zu tun ist. Ich ruf schnell den Arzt an. Arzt? Nein. Schon gut. Mir geht's besser. Hallo, Herr Doktor. Bitte kommen Sie schnell. Danke. Bis gleich. Paul, und was jetzt? Ich muss mir etwas einfallen lassen. Das gefällt mir nicht. Mama. Mir geht's gut. Wirklich. Gute Besserung. Der Arzt wird dir helfen. Dieses Spiel macht so viel Spaß. Frühstück ist fertig. Es gibt Hafer-Schleim. Danke, Mama. Das riecht eklig. Tut mir leid, das kann ich nicht essen. Doch, du kannst. Das hast du als Kind am liebsten gegessen. Wirklich? Naja, ein Löffel wird schon nicht schaden. Schließlich hat sie es für mich gemacht. Mann, ist das glücklich. Gehört das so? Auf keinen Fall esse ich das. Ich weiß, wie ich mich davon drücken kann. Dafür brauche ich diese Gabel. Und eine Fake-Zunge. Die Fake-Zunge kommt in den Mund. Und mit der Gabel steche ich durch. Wow, sieht wie echt aus. Dann kann es ja losgehen. Eins, zwei, drei. Ah! Das tut so weh, Mama. Was ist passiert? Nicht bewegen. Lass mich mal sehen. Vielleicht sieht es schlimmer aus, als es ist. Hör auf zu ziehen. Nur noch ein bisschen. Geschafft. Meine Zunge. Hey, du hast meine Zunge. Ich habe deine Zunge. Mama? Mama! Wach auf! Mama! Meine Güte. Alles gut. Es ist keine echte Zunge, okay? Meine armen Nerven. Eigentlich sollte ich schlagen, aber das Spiel ist gerade so spannend. Komm schon, Lü. Fast geschafft. Mann, wenn ich müde. Ich lege mich besser hin. Jetzt schon? Ich habe doch kaum geschlafen. Nur noch fünf Minuten. Hey, Liebling. Zeit aufzustehen. Muss das sein? Steh auf. Wir müssen gleich los. Aber ich bin so müde. Kann ich nicht weiter schlafen? Was mache ich denn jetzt? Ja. Der Ketchup bringt mich auf eine Idee. Ein bisschen davon unter meiner Nase. So, das reicht. Gut, da kommt Papa wieder. Die Show kann beginnen. Oh, meine Nase. War das ich? Oh, das tut mir leid. Das tut so weh. Das war ein Versehen. Warte. Reingefallen. Fabesmädchen. Das sollte die Blutung stoppen. Dein alter Herz doch noch für etwas zu gebrauchen. Ich würde lieber etwas anderes frühstücken. Guten Morgen, mein Schatz. Bis weiter und spiel nicht damit. Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Und du solltest keine Zeit vergeuden. Vereil dich, sonst kommst du zu spät in die Schule. Ja, ja. Was ist denn jetzt schon wieder? Draußen ist es kalt. Du brauchst eine Mütze. Mama, ich kann mich selbst anziehen. Und vergiss nicht deinen Schal. Mama, ich bin kein Kind mehr. Das ist total peinlich. Schon viel besser. Hier ist noch seine Schultasche. Komm jetzt, wir gehen los. Sie behandelt mich immer wie ein Baby. Aber hallo, das bringt mich auf eine Idee. Mit der Gelatine werde ich mich vor der Schule drücken. Das klappt bestimmt. Die Gelatine kommt in die Milch. Das sollte reichen. Jetzt noch schnell durchmixen. Das sieht schrecklich aus. Perfekt. Haha, fast fertig. Das ist genial. Ups, ich sollte vorsichtiger sein. Da kommt Mama. Jetzt noch so tun, als wäre ich krank. Schatz, alles okay? Oh nein, du Erbste. Du solltest dich ausruhen. Du hast recht, Mama. Komm mit. Das lief wie am Schnürchen. Was ist dein Lieblings-Trick, um Schule zu schwänzen? Schreib es uns in die Kommentare. Vergiss nicht, das Video mit deinen Freunden zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, damit du keine Hacks und lustigen Videos mehr verpasst. Endlich Pause. Das wird mir schmecken. Das wird mir schmecken. Mensch, geh weg. Wie gemein. Hat sie wirklich geglaubt, sie könnte hier sitzen? Endlich Ruhe. So schmeckt es gleich viel besser. Hey, was soll das? Fech gehabt. Das ist jetzt mein Essen. Hey, na, wie geht's? Hast du gestern die neue Folge gesehen? Ich hab's gesehen und war total baff. Vor allem dann, als er ihr seine Liebe gestanden hat. Das hat mich total überrascht. Und der andere Typ war natürlich neidisch. Äh, hallo? Hörst du mir überhaupt zu? Was soll's? Dann suche ich mir einen neuen Gesprächspartner. Oh, sie wird mir zuhören. Was isst du da? Das sieht lecker aus. Hast du gestern einen Film geschaut? Oh nee, sie ist so eine Labertasche. Hey, wo gehst du hin? Mano. Mit wem könnte ich am Tisch sitzen? Sie soll es sein. Lehrer hören doch immer zu. Hallo? Haben Sie schon die neueste Folge gesehen? Es hat mich total umgehauen, als herauskam, wer der Mörder ist. Das ist sehr interessant, aber ich muss zurück in die Klasse. Aber die Pause ist doch gar nicht vorbei. Dann komm ich mit. Das Beste war, als ein Geist aufgetaucht ist. Der Geist ist entweder seine verstorbene Frau oder seine Schwester. Okay, stopp. Halte das bitte für mich. Warte hier, ich muss kurz auf die Toilette. Aber ich muss Ihnen noch so vieles erzählen. Schnell, die Tür abschließen, bevor sie reinkommt. Raten Sie mal, was als nächstes passiert ist. Ich kann ihr nicht entkommen. Hört sie denn nie auf? Das fand ich echt krass. Ich weiß, was ich tue. Kopfhörer und Musik. Endlich. So höre ich sie nicht mehr und kann entspannen. Eine Glitzerwaffel. Oh, das muss ich auch noch erzählen. Ah, sie ist hier. Puh, zum Glück war das nur ein Albtraum. Dem verpasste ich eine Abreibung. Ich werde auf keinen Fall verlieren. Was? Mann, die ist schon leer. Ohne Süßigkeiten spiele ich nur halb so gut. Oh Mann, auch schon leer. Und jetzt? Ich bin so hungrig. Genau, das ist die Lösung. In der virtuellen Realität geht das Essen nie aus. Oh Mann, gar nicht so einfach. Ich spiele wie ein Nub. Hey, da kommt was viel Besseres. Ein Donut. Autsch. Ach ja, stimmt. Der war nicht echt. Hey, was ist hier los? Du solltest zu spät nicht mehr spielen. Oh, Entschuldigung. Mh, lecker. Oh nein, ich habe meinen Tee verschüttet. Oh je, alles in Ordnung? Hier, nimm die Serviette zum Aufwischen. Vielen Dank, das ist echt lieb. Kein Problem, echt schade, dass dein schönes Outfit nass wurde. Oh, es gefällt dir? Ja, die Farben sind klasse. Gelb ist meine Lieblingsfarbe. Oh, äh, das ist echt unappetitlich. Hey, warte. Oh nein, meine Haare. Das darf nicht wahr sein. Ah, wo ist hier die Bremse? Nein, nicht der Mülleimer. Oh, wo eine Sauerei. Überall ist Müll. Den Tag kann ich in die Tonne treten. den Keks habe ich mir extra aufgehoben. Hey, schönes Haar hast du? Sie ist so gruselig. Ich mag es nicht, wenn sie sich neben mich setzt. Äh, hi. Zeit fürs Mittagessen. Das sieht gut aus. Womit soll ich anfangen? Was denkst du? Ih, so eine gruselige Gott. Ein Augapfel als Vorspeise. was meinst du? Ich sehe dich. Ekelhaft. Ich kann sie nicht leiden. Ich muss hier weg. Ha, Weichei. Sie ist so einfach zu erschrecken. Uh, ich bediene mich mal. Hm, Gurke ist schön frisch und saftig. Endlich Pause. Halt, ich muss noch die Hände das infizieren. Mit sauberen Händen haben Keime keine Chance. Hey, wie geht's? Ah, ich rutsche lieber ein wenig, wo ihre Keime nicht hinkommen. Oh Mann, sie ist so ein Hygienefreak. Au, ha, hachi. Nein, 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 nein. Jetzt sind deine Keime überall. Wie ekelhaft. Okay, ich fang dann mal an zu essen. Einen Keks zur Wiedergutmachung? Diesen Keimkeks kannst du behalten. Hey, sprüh damit nicht auf mein Essen. Au, du hast mein Auge erwischt. Hey, na, wie geht's? Hey, mir geht's gut. Dann packe ich mal gemütlich aus. Als erstes die Bücher. Dann mein Federmäppchen. Hä, was machst du? Äh, es hat zur Pause geklingelt, du Schnarchnase. Oh, dann brauche ich das jetzt nicht. Dich packe ich weg und du kommst auf den Tisch. Jetzt noch meine Brotbox für die Pause. Hm, das sieht lecker aus. Da beiß ich gleich rein. Hey, die Pause ist vorbei. Oh, mein Fehler. Die Stunde hat begonnen. Dann packe ich das weg. Das Essen muss wohl warten. Für die Stunde brauche ich das Mathebuch. Hä, wo sind da alle? Wieso ist das so dunkel? Hey, was machst du noch hier? Die Schule ist schon längst aus. Los jetzt, geh nach Hause. Oh, Entschuldigung. Schönen Abend noch. Habt ihr das Spiel gesehen? Oh, wow. Sie sieht wieder voll gut aus. Hey, darf ich dir etwas Schokolade anbieten? Ich teile meine Süßigkeiten gern mit dir. Wie wär's mit Chips? Diese Sorte ist die beste. Oh, wow. So ein roter Apfel. Hey, du hast aber einen schönen Apfel. Willst du ihn haben? Hier, bitte. Dankeschön, das ist lieb von dir. Dein T-Shirt schmeichelt deinen Augen sehr. Was zum Ich raff nicht. Wieso interessiert es sich für den Loser? Hm, was haben wir hier? Ich begutachte erst mal das Essen. Sind die Haferflocken schön weich? Ja, sieht ganz danach aus. Einen Moment. Hat der Toast auch die richtige Länge? Ich messe besser mal nach. Okay, der Toast hat den Test gerade so bestanden. Stopp! Der Apfel! Ich muss prüfen, ob er das richtige Gewicht hat. was? Der Apfel ist viel zu leicht. Wie löse ich dieses Problem? Entschuldigen Sie. Hier ist etwas schief gelaufen. Der Apfel ist viel zu leicht. Oh nein, nicht die schon wieder. Ich muss abhauen. Halt, warte, was ist mit dem Apfel? Yay, Seitenblasen. Ich liebe Seitenblasen im Wind. Sie platzen zu lassen ist toll. Ich will noch mehr Seifenblasen haben. Ja, ihr seht richtig, ich habe diesen Seifenblasen machen. gemacht. War auch gar nicht so schwer. Ich habe einfach einen Textmarker benutzt, habe die Farbe und die Spitze entfernt und Draht besorgt. Den habe ich eingedreht, Heißkleber draufgegeben und in den Stift geklebt. Dann habe ich die Seifenblasen Mischung hineingegossen. Lasst es uns ausprobieren. Tada, er funktioniert. Ich liebe Schulaufgaben. Hoffentlich hat sie klasse gelernt. Oh mein gar schon mit Arsch, nichts davon ergibt Sinn. Miss, Miss, ich habe eine Frage, ich brauche Hilfe. Ahem, bitte lies, was auf der Tafel steht, Julie. Es werden nun keine Fragen mehr gestellt, der Test beginnt gleich. Oh, stimmt, ich habe nur geübt, wie man sich meldet. Klar, natürlich. Hey, ich bin hier wegen dem Test oder sowas. Na, nervt das, ich habe gar keinen Bock auf den Test. Hm, die da drüben sieht vorbereitet aus. Dann rutsche ich mit meinem Tisch wohl was näher ran. Miss, sie rutscht mit dem Tisch näher ran. Also dann, der Test beginnt. Fangt bitte an. Okay, ich schaffe das. Ich muss nur die Fragen beantworten. Ich dehne mich etwas, bevor ich beginne. Zum Glück habe ich einen Spicker dabei. Ahem, was glaubst du, was du da tust? Wusste ich doch, ein Spicker, gib den her. Fang nun an, die Fragen zu beantworten. Mir doch egal, ich habe noch mehr Spicker dabei. Denk nicht mal im Traum dran, das nehme ich. Echt jetzt? Die ist ja wie Ninja, irgendwie cool, aber... Okay, wie beantworte ich jetzt die Frage? Vielleicht sollte ich diesen Spicker hier benutzen? Das ist mein letzter Spickzettel, den ich vorbereitet habe. Hey, was hast du da im Federmäppchen? Ein weiterer Spicker? Gib das her. Hier, nimm meine Stifte und fang an. Hm, mein Stift, vielleicht könnte der mir weiterhelfen. Ja, doch, das könnte eigentlich funktionieren. Als erstes erhitze ich die Messerklinge mit einer Flamme. So weit so gut. Jetzt ist sie heiß. Dann mache ich ein kleines Loch in den Stift. Etwa so. Nun brauche ich zwei Zahnstocher und ein Gummiband. Das Gummiband wickele ich um den Zahnstocher. Okay, der Spicker, den ich vorbereitet habe, wird nun in den Stift geschoben. Die Zahnstocher helfen beim Einrollen. Und dann wird der Stift wieder zusammengesteckt. Perfekt. Ja, das wäre echt eine geniale Erfindung. Oh, ach ja, der Test. Ich sollte mal anfangen. Ich bin ein richtiger Profi im Urbalancieren. Ich habe noch nicht mal angefangen. Hey, wie geht's? Ich setze mich mal zu dir. Wieso kriege ich keine Creme raus? Mach schon, das ist nicht blöd und frustrierend. Ich drücke einfach ganz fest. Was zum Geier machst du denn? Ups, deine Creme ist auf meinen Händen und meiner Tasche. Die Tasche ist nun ruiniert. Oh Mann. Nein, kein Grund zur Panik. Ich Riesensauerei. Okay, ich rette die Tasche mit einer Papierrolle und etwas Kleber. Das sollte reichen. Dann befestige ich Papier rings herum. Okay, genau so. Mit einer Schere schneide ich die Enden. Noch ein paar mehr. Gut, Zeit für etwas Kleber. Die Enden kann ich nun einknicken und auch festkleben. Meine arme, arme Tasche. Vielleicht kann ich die Creme wegwischen. Was macht sie da? Oh, das sieht schon richtig gut aus. Kann ich die Creme vielleicht absaugen? Oh, hey, lass meine Tasche los, überrascht Aufsauger. Nein, hör auf, bitte gib her. Das gehört mir. Wow, die rastet ja komplett aus da drüben. Ich male noch eine Zitronenscheibe dazu und male die Rinder hinzu, damit sie hervorstechen. Oh, so süß, ich liebe Zitronen so sehr. Ich male den Früchten noch einen kleinen Freund hinzu. Nun befestige ich gelbe Papierstreifen auf der Oberseite. Nein, sieht gut aus. Zeit für mehr Dekoration. Ich darf die Buchstaben nicht zu groß malen, dann male ich sie aus. Das Blau gefällt mir sehr gut. Okay, die Buchstaben sind nun ausgemalt. Dann brauche ich noch etwas Wellpappe. Damit schließe ich das Ende der Röhre und klebe noch mehr Papier darüber. Okay, und nun kommt der Cremespender oben kann man Stifte sicher aufbewahren. Wow, ich bin wirklich von mir selbst beeindruckt. Na los, Babyhunt, du kannst die Creme entfernen, ich glaub an dich. Hey, Julie, ich bin wieder da und ich hab was für dich. Oh, sie ist sehr vertieft. Hey, Julie, reiß dich zusammen. Na los, stell dich nicht so an, das ist wichtig. Hey, schau mal, ein neues Federnäppchen für dich. Oh, das ist so süß, das gefällt mir sehr. Vielen Dank. Hier, du kannst mein altes Federnäppchen dafür haben. Das gefällt dir bestimmt so gut wie mir. Oh, äh, klar, das ist echt lieb von dir. Wie ihr sehen könnt, sind die Farben dieses Bildes himmlisch. Sie erinnern an heiße Sommernächte und einen Drang nach Okay, bist du bereit zu beginnen? Komm, wir legen los. Keine Sorge, mir geht's gut. Kunst kann gefährlich sein. Beginnt nun auf euren Leinwänden zu malen. Ich bin hier, wenn ihr Fragen habt oder Hilfe braucht. Okay, ich bin bereit, so richtig loszulegen. Exzellent, die Farben sprechen für sich. Ich brauche noch mehr Farben für mein Bild. Farben, gibt mir mehr Farben. Mehr, diese Farben und diese hier auch. Yes, genau so habe ich mir das vorgestellt. Nice. Genauso, das ist Leidenschaft. Macht weiter so. Die Farbe scheint leer zu sein. Dann nehme ich eben eine andere. Wo sind all die Farben hin? Hey, die liegen alle bei ihr. Wie gemein, was mache ich denn jetzt? Und noch etwas mehr hier. Hier ist perfekt. Das ist lächerlich. Wie soll ich mit einem leeren Stift malen? Einen Augenblick, ich habe eine Idee. Los geht's. Ich liebe diese Malbücher. Wo sind sie denn? Die kommen mit. Erwischt. Ich dachte, ich hätte irgendwas gehört. Wo sind meine Wasserstäbchen hin? Meine Ohren jucken doch. Oh nein, oh nein. Schon gut, beruhig dich. Alles wird gut werden. So, ich habe noch meine Ersatzstäbchen. Alles wird gut. Gut, der erste Schritt meines Plans ging auf. Und nun ran an die Arbeit. Ich wickele das Ohrstäbchen um mein Taschentuch. Anschließend wird Tesafilm rings herum gewickelt. Uh, mir gefällt Dila Tesafilm richtig gut. Echt hübsch. Das wickele ich nun um das Städtchen. Sieht toll aus, oder? Was jetzt nur noch fehlt, ist Farbe. Wie diese Lebensmittelfarbe. Ich hast du mich vermisst? Und nun geht's los. Ich bin ein wahrer Künstler. Perfekt, das ist ein richtiges Meisterwerk geworden. Okay, Leute, zeigt mal her, was ihr gemalt habt. Das ist mein Bild, ist das nicht toll? Mein Bild zeigt, wie man sich in einem dunklen Treppengang fühlt. Okay, da muss ich mal näher rangehen. Okay, mir gefällt, wie das blau mit dem orange harmoniert. Okay, du hast ein harmonisches Gekritzel. Was ist das denn? Woher kommen diese kleinen Stifte? Exzellent, die sind toll, sehr gute Arbeit. Die leie ich mir dann kurz aus, darf ich? Nur zu, kein Problem, viel Spaß damit. Also dann, mein Notizbucheintrag, der noch fehlt. Oh mein Gott, was habe ich nur getan? Oh, der Stift ist so cool, der gefällt mir am besten. Wow, siehst du auch, was ich sehe? Okay, ich muss schauen, wie viel ich habe bestimmt genug, um den zu kaufen. Wow, das sind aber viele Münzen und wenig Scheine. Hm, hier liegt ein alter Stift. Bin gleich wieder da. Okay, der Stift ist echt öde. Mal sehen, wie lang der ist. Und ein Schnitt hier. Ein bisschen Kleber hier. Und nun kommt die Plastikkapsel oben drauf. Jetzt fehlt Schaum. Es kommt ein Streifen Kleber auf den Schaumstoff. Dann wird er um die Stiftmine gewickelt. Schön gerade und eng. Mit der Röhre mache ich kleine Kreisformen auf den Schaumgummi. Noch mehr Kleber und auch Glitzer kommt dazu. Das kommt nun in die Röhre und auch Flüssigkeit darf nicht fehlen. Das Ende wird auch mit Kleber und Schaumgummi versiegelt. Und nun kommt Kleber auf das Stiftende. Nun wird die Glitzerröhre befestigt. Oh gosh, ist das Einhorn nicht süß? Du kommst auch an den Stift. Noch mehr Kleber und du kommst auf das Stiftende, Klingelseinhorn. Yay, mein schöner Stift ist endlich fertig. Hey Julie, ich hab noch was für dich. Hier, guck mal der Stift. Was? Oh mein gosh, der ist voll schön. Du bist meine aller, allerbeste Freundin. Warte mal einen Moment, ich hab auch noch was für dich. Hier, dieses kleine Origami. Oh, äh, wow, okay, danke dir, echt. Oh je, sie ist nicht gut im Papierfalten. Wow, wie das glitzert. Echt schön. Das ist der beste Stift auf der Welt. Ich hab so gut geschlafen. Hä? Wo ist meine Zahnpasta? Ah, da ist sie. Moment mal, da ist etwas drin. Was das wohl ist? Schneid die Zahnpastatube oben auf. Drück die Zahnpasta raus. Sieht nach einer Menge Zahnpasta aus. Hey, was ist das denn? Man kann gar nichts erkennen. Das säubere ich besser. Oh, wie niedlich. Ein kleiner Hund. Entferne die Kappe von der Zahnpasta und befestige den Hundekopf daran. Ein lustiger Spender für Zahnpasta. Ich liebe es. Was ist denn das da? Gib mir das Geld. Hi, da bist du endlich. Na, hast du Hunger? Auf jeden. Oh, ich bin am Verhungern. Mann, riecht das gut. Danke. Hier sind die Soßen. Mh, das wird sowas von gut. Lecker. Hä? Sieht gut aus, findest du nicht? Nicht schlecht. Ich probiere auch etwas Soße. Ich bin so froh über das Essen. Fertig. Schmeckt genial. Äh, was machst du da? Wieso passt der nicht rein? Na los. Arrgh. Oh, ich check's nicht. Guter Versuch. Was mach ich denn jetzt? Ah, ich hab eine Idee. Ich benutze einfach die Flasche. Oh nein, mein Burger ist ruiniert. Das kann man nicht mehr essen. Macht nichts. Ich hab zwei Burger bestellt. Tada. Oh, wie lieb. Danke. Nicht so schnell. Das wirst du brauchen. Steche mit einem Zahnstocher ein Loch in die Soßenpackung. Halte bitte den Burger. Perfekt. Jetzt kannst du die Soße gut verteilen. Das ist besser als vorher. Findest du nicht? Wow, das war einfach. Besser als vorher. Danke. Ich hab Langeweile. Oh, hi. Bonjour. Könntest du das für mich malen? Die Statue? Ja, tob dich aus. Okay, kein Problem. Nichts leichter als das. Hm, wo fang ich an? Der Mund ist seltsam. Ich bin noch nicht fertig. Los, versuch es nochmal. Ich hasse Kritik. Ich radiere den Mund weg. Und nochmal von vorne. Mir gefällt das Bild. Es sollte in einem Museum hängen. Okay, das ist zu nah. Es gefällt mir nicht. Na gut, dann male ich es nochmal neu. Dieses Mal wird es gut. Schon viel besser. Ahem, was ist? Nochmal von vorne. Soll das ein Witz sein? Mein Radiergummi. Den kann ich jetzt nicht mehr benutzen. Und jetzt? Ist hier noch ein Radiergummi? Vielleicht wird mir das helfen. Das kitzelt bestimmt. Na los. Wo kommt das Huhn her? Das ist zwecklos. Das ist zwecklos. Okay, das muss funktionieren. Sehr einfallsreich. Wow, so etwas habe ich noch nie gesehen. Okay, und nochmal von vorne. Wie kommst du voran? Darf ich mal sehen? Nur zu. Oh, verstehe. Aha. Und jetzt die Statue. Interessant. Nun bin ich nervös. Und mein Urteil lautet. Das ist echt schwer. Vergebe ich die Note wirklich? Eine Eins plus. Einfach grandios. Hallo, was für ein großartiges Publikum. Hi. Vergiss es. Willkommen zu der Koch-Challenge. Zwei Köche treten gegeneinander an. Ihr sollt dieses schmackhafte Gericht nachkochen. Oh, wie edel. Alle benötigten Zutaten sind auf der Theke vor euch. Lecker. Ich dachte, das wäre eine Challenge. Mit diesem Messer kann man nicht schneiden. Schon viel besser. Wow, sieht scharf aus. Entschuldigung. Das hast du verdient. Erdbeeren? Ich dachte, ach egal. Puh, okay, ich lege besser los. Das ist aber ein komisches Ei. Ach so, das ist eine Kiwi. Ups, falte Seite. Schon viel besser. Mundgerechte Stücke. Was zum... Sieht gefährlich aus. Oh, eine Ananas. Die brauche ich. Finger weg. Das ist meine. Aber was mache ich denn jetzt? Ich hab's. Nope. Zu scharf. Das könnte nützlich sein. Nee. Ausstechform. Genau was ich brauche. Ich steche die Form in die Frucht. So entstehen süße Formen. Jetzt muss der Teller angerichtet werden. Ein Fruchtturm. Ich brauche einen Spieß. Perfekt. Genauso. Gute Arbeit. Ich lege sie zum Rest. Mehr hast du nicht drauf? Und die Zeit läuft. Beeilung. Absolut kein Problem für mich. Ich bin fertig. Und stopp. Die Zeit ist um. Ich bin auch fertig. Dieses Gericht heißt Fruchtparadies. Beeindruckend. Wie immer. Äh. Mein Gericht heißt Fruchtspieß. Nicht übel. Wer hat gewonnen? Oh, bitte. Du. Juhu. Es ist ein Witz. Sie. Oh, yeah. Mein macht Spaß. So ist brav, Liebling. Mir gefällt dieser Nagellack. Das brauche ich nicht. Au. Schon gut. Nichts passiert. Stippte schmecken gut. Vorsicht, Liebling. Du triffst mich mit den Stiften. Bye, bye. Liebling. Hör auf damit. Sorry, Mami. So ist gut. Das ist so hübsch. Der sieht lecker aus. Nur ein bisschen. Hey. Was habe ich gesagt? Spielverderber. Jetzt ist Schluss damit. Nur ein kleiner bisschen. Hey. Nicht schon wieder? Schluss jetzt. Die Stifte sind nicht zum Essen. Mami will ihre Nägel lackieren. Das reicht. Was willst du tun? Schau mal hier. Das magst du nicht. Nein, aber ich werde ihn verschönern. Fülle eine Schüssel mit Wasser. Füge etwas Nagellack hinzu. Tropfe den Nagellack über das Wasser. Füge verschiedene Farben hinzu. Lass deine Fantasie freien Lauf. Wenn du fertig bist, nimm einen Stift und tuge ihn in das Wasser. Tauche den Stift unter Wasser, damit er mit Nagellack bedeckt ist. Nimm ihn aus dem Wasser raus und bewundere die vielen Farben. Finde ich mir einen Liebling. Wow. Die sehen toll aus. Darf ich die haben? Der gefällt mir. Danke, Mama. Kein Problem. Das sieht gut aus. Frag es nicht. Stopp. Hör auf. Ups, das war knapp. Braves Mädchen. Die Farbe brauche ich nicht mehr. Oh, die Farbe ist schön. Ein kleiner Engel. Ich weiß, kaum zu glauben. Hallo? Mein Akku ist leer. Hä? Mein Handy. Hilf mir. Überlass mir das. Ich brauche nur etwas Limo. Die fülle ich in die Wassermelode. So, das reicht. Du hast was vergessen. Gute Idee. So viele Blasen. Das sollte reichen. Hier, das Ladekabel. Das Kabel ist eingesteckt. Wo ist dein Handy? Da ist es. Okay, das Handy ist eingesteckt. Glaubt ihr, es hat funktioniert? Schreibt uns in die Kommentare. Oh, der Unterricht ist voll öde. Ich kann kaum meine Augen offen halten. Wie kann Tina denn so einschlafen? Hey, Lexi. Was? Lass uns etwas Spaß haben. Mit Tina. Denkst du, was ich gerade denke? Wenn ja, dann bin ich dabei. Los geht's. Sch, weck sie nicht auf. Genau da. Da ist die Stelle. Okay, ich bin bereit. Wir nehmen das noch. Das sieht gut aus. Leg die Kohle auf das Buch. Hast du an das Stirnband gedacht? Okay, wir sind bereit. Das wird fantastisch. Ich kann's kaum erwarten. Gleich ist es soweit. Es geht los. Was ist passiert? Ich bin klatschnass. Oh mein Gott, das war so lustig. Ihr wart das. Einfach furchtbar. Diese Tests sind wirklich schlecht. Sie haben sogar ihren Namen falsch geschrieben. Das ist eine glatte 6. Wie kann man etwas nur so falsch machen? Was jetzt? Soll das ein Witz sein? Oh, warte. Das ist richtig. Ich bin überrascht. Wir haben eine Eins. Wow. Das dauert ja ewig. Und ich habe noch einige vor mir. Ich brauche eine Pause. Es muss doch leichter gehen. Warte mal. Ich denke, ich weiß, wie es geht. Ich brauche nur so einen flachen Ring. Ich trage Klebe auf die Fläche auf. Dann klebe ich ein Stück Schaumstoff drauf. Mit der Klebepistole kommt die 6 drauf. Ich lasse mir Zeit. Es ist ja auch ein Ausdruck meiner künstlerischen Fähigkeiten. Das sieht gut aus. Ich habe noch einen Ring gemacht, aber mit einer 1 drauf. Mit dem sollte es schneller gehen. Ich stecke die Ringe auf. Und jetzt wird bewertet. Ich drücke den Ring auf das Blatt. Guck dir das an. Das hat geklappt. Ja. So geht es viel einfacher. Das ist auch gut, um Stress abzubauen. Jetzt zum nächsten Test. Hey, es sind schon alle erledigt. Dank meiner neuen Lieblingsschmuckstücke. Und jetzt kann ich entspannen. Endlich ist sie weg. Mach schon schnell. Was ist das denn? Der Ring sieht ja lustig aus. Liam, guck mal. Was hast du da? Den Ring habe ich gefunden. Cool. Guck mal, hier ist noch einer. Der passt perfekt. David, guck dir das an. Wow, das ist voll cool. Warte, ich will was machen. Nicht bewegen. Warum hast du das gemacht? Ey, Mann. Das war nicht fair. Dir werde ich es zeigen. Komm doch. Was zum? Jungs, hört auf damit. Mehr hast du nicht drauf. Schluss jetzt. Was glaubt ihr, was ihr hier macht? Er hat angefangen. Du siehst voll bescheuert aus. Genau wie du. Hier gibt es nichts zu lachen. Gib mir die Ringe. Na los, hör damit. Und jetzt raus hier. Sie sehen wirklich lustig aus. Noch ein paar Aufkleber und mein Notizbuch ist fertig. Man kann nie genug Einhörner haben. Wow, das sieht so magisch aus. Jetzt aber schnell zur Schule. Ich will ja nicht zu spät kommen. Ich will gleich mein Notizbuch präsentieren. Alle werden total neidisch sein. Ich lege mein Notizbuch hier hin. Was? Was soll denn das? Du hast mein Notizbuch kopiert. Wovon redest du? Warte mal. Oh, ich hau ab. Ist sie weg? Das war voll peinlich. Unfassbar, dass wir den gleichen Stil haben. Warte. Ich weiß, wie ich das beheben kann. Ich brauch nur diesen Stift. Ich zeichne zuerst ein Herz auf den Zettel. Dann male ich es aus. Dieses Rot ist perfekt. Ich mach noch ein paar Schattierungen. Dann wird es schöner. Dann schneide ich es aus. Jetzt klebe ich es auf ein Stück Pergamentpapier und bedecke es mit Klebeband. Schön glatt streichen. Ich will ja keine Falten haben. Jetzt kann ich es ausschneiden. Ich lasse ums Herz aber einen Rand. Ich habe auch noch andere Bilder gemacht. Mit denen kann ich mein Notizbuch neu dekorieren. Ich fange mit der Erdbeere an. Ich ziehe das Schutzpapier ab und klebe den auf mein Notizbuch. Das sieht viel besser aus. Gefällt mir. Besser als Einhörner. Hi Naomi, wie läuft es denn so gut? Wow, die Aufkleber sind ja cool. Ja, die sind voll cool. Ich habe sie selbst gemacht. Guck mal, Lexi hat die gleichen Aufkleber. Das ist jetzt peinlich. Das muss aufhören. Es kann nur ein Notizbuch mit Aufklebern geben. Naomi soll entscheiden. Was? Auf keinen Fall. Äh, na ja. Voll erwischt. Ja, das war witzig. Auf zum Unterricht. Oh, was für ein Tag. Aber jetzt kann ich mich entspannen. Warte, eine To-Do-Liste? Och, komm schon. Nummer 1 räum dein Zimmer auf. Mach deine Hausaufgaben. Das ist ungerecht. Naja, dann mal los. Das könnte eine Weile dauern. Vielleicht fange ich mit Nummer 2 an. Oh, Hausaufgaben sind nie gut. Was soll ich noch machen? Oh, Pudding. Guter Junge. Ich hätte in der Schule bleiben sollen. Oh, hey Mama. Da ist ja mein lieber Junge. Die wirst du brauchen. Hey, danke. Und vergiss die Liste nicht. Das meine ich ernst. Werd ich nicht. Leider. Eigentlich wollte ich Videospiele spielen. Ich habe nie Zeit nur für mich. Hm, ich könnte ganz kurz spielen. Ich darf hier wohl ein bisschen Spaß haben. Liam, wie kommst du mit der Liste voran? Oh, Liam. Guck dir diese Sauerei an. Das mache ich nicht sauber. So viel zur Liste. Dabei war sie so einfach. Hm, ich frage mich. Ob dieses Pop-It? Ich denke, ich muss die To-Do-Liste interessanter gestalten. Bin gleich wieder da. Zuerst schneide ich eine Reihe vom Pop-It ab. Genau diesen Teil. Jetzt kommt die Liste. Als nächstes brauche ich Textmarker. Ich drücke zwei gegen die Farbmine. Die Farben werden gemischt. Wenn ich dann etwas schreibe, bekomme ich diesen bunten Effekt. Genau so. Ich denke, sie ist jetzt fertig. Wird Zeit, sie Liam zu zeigen. Oh, er schläft noch. Ich klebe sie an seine Tür. Aber ganz leise. Er schläft wie ein Baby. Aber nicht mehr lange. Hä? Was war das? Warte, die sieht anders aus. Lass mich mal sehen. Oh, das sieht lustig aus. Warte, ich muss erst mein Zimmer aufräumen. Ich sollte öfter aufräumen. Hm, das habe ich nicht gewusst. Oh, Pudding, das ist ja ekelhaft. Das war ein schöner Spaziergang. Und jetzt kann ich aufs Pop-It drücken. Alles erledigt. Mama? Ja, Schatz? Wow, du hast aufgeräumt. Ich kann den Teppich sehen. Mein guter Junge. Komm schon, ich halte es nicht länger aus. Hm. Geht es dir gut? Nee. Ich muss diesen Test bestanden haben. Mama, Papa, guck mal. Ich habe eine 1+. Ich wusste, du schaffst nicht, Champion. Wir sind so stolz auf dich. Du bist der Klügste in der Familie. Ich wäre ein Held. Oh, jetzt geht es los. Eure Ergebnisse sind da. Bitte, ich will eine gute Not. Ich glaube, mir wird schlecht. Ich muss sagen, ich bin überrascht. Hier, Lexi. Und hier ist deine Note, Liam. Ich traue mich nicht nachzuschauen, aber es muss sein. Du fängst an, Lexi. Okay, es ist nur eine Note. Wow, ich habe bestanden. Ich habe eine 1+. Ich kann es nicht glauben. Ich fühle mich gerade voll unsicher. Ich schaue kurz nach. Was kann schon schief gehen? Soll das ein Witz sein? Ich habe für diesen Test gelernt. Und der gibt mir eine 6. Das ist eine Katastrophe. Mama und Papa werden total enttäuscht sein. Eine 6? In diesem Haus. Ich habe keinen Sohn mehr. Los, verschwinde von hier. Ich akzeptiere keine Verlierer unter meinem Dach. Ein bisschen zu dramatisch. Aber ich will nicht obdachlos sein. Was mache ich denn jetzt? Was ist das? Oh, alter Kaugummi. Voll eklig. Es wird immer schlimmer. Warte mal. Ich weiß, wie ich meine Note verbessern kann. Ein Versuch ist es wert. Dafür brauche ich aber diesen Stift und eine Klebepistole. Ich mache Kleber ans Ende des Stiftes. Ich bedecke die Kappe komplett. Das muss schön dick werden. Das sollte reichen. Ich drücke das jetzt auf die Note. Dann presse ich ein bisschen. Warte. Keiner guckt, oder? Jetzt ziehe ich den Stift vorsichtig ab. Und die 6 ist weg. Wow. Das war einfach. Jetzt nehme ich meinen roten Stift. Hm. Eine 1 plus habe ich mir verdient. Der Kreis verdeckt den Kleberand. Niemand wird sie erfahren. Ich bin ein Genie. Wer muss schon lernen? Der Kaugummi hat bestimmt noch Geschmack. Hm. Minzig. Den zeige ich gleich Mama und Papa. Heute haben wir einen Mathe-Test. Und der wird schwer werden. Sehr schwer. Ich habe voll viel gelernt. Ich schaffe das. Ich hasse Schule. Ich würde lieber im Park skaten. Was geht, Streberin? Charmant. Viel Glück beim Test. Das wirst du brauchen. Und der Test beginnt. Jetzt. Oh ja. Wow. Das ist schwer. Warum stresst du dich so? Ist doch nur ein Test. Oh. Das ist einfach. Man muss nur vorbereitet sein. Ich habe die Lösungen zur Hand. Warum Zeit mit Lärm verschwenden, wenn man spicken kann? Das hätte ich niemals gewusst. Aber diesen Test bestehe ich trotzdem. Okay. Los geht's. Jeder sollte bei Prüfungen schummeln. Oh nein. Mein Kopf ist leer. Lexi. Hey. Das kannst du doch nicht machen. Sprich leise. Konzentrier dich lieber auf deinen Test. Aber das ist nicht richtig. Hm. Ich weiß. Ups. Mein Stift ist weggerutscht. Hast du gerade meinen Stift runtergeschmissen? Das war in Versehen. Das machst du nicht nochmal. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich muss mich beeilen. Sie wird nicht schlecht gucken. Du bist total kindisch. Hey. Warum hast du das gemacht? Betrüger gewinnen nie. Na gut. Dann nehme ich deine Brille. Nein. Die brauche ich. Ich sehe jetzt alles unscharf. Zum Glück habe ich eine Ersatzbrille. Sei nicht so fies. Natürlich hast du eine. Was mache ich denn jetzt? Ich kann die Lösung nicht sehen. Warte mal. Nein. Die hilft nicht. Oder vielleicht doch. Ich weiß, was ich machen kann. Mit diesem Stift färbe ich die Gläser. Das müsste gehen. Okay. Ich probiere es einfach aus. Ich halte es über den Spicker. Und die Lösungen werden sichtbar. Ist wie Zauberei. Und die sieht aus wie eine Sonnenbrille. Ich beende jetzt den Test. Hä? Was war das? Hey Lexi. Der ist für dich. Für mich? Wirklich? Was steht drin? Ich werde es gleich lesen. Oh. Miles. Total charmant. Ich kann es nicht leugnen. Ich bin cool. Lass uns später abhängen. Ich bin cool. Ich bin cool. Ich bin cool. Ich bin cool. Friere Wasser in einen Glasbehälter ein. Nimm das gefrorene Eis aus dem Behälter. Nun wirf einen Blick auf deine Farbpalette. Jetzt kannst du kreativ werden. Male direkt auf dem Eisblock. Benutze verschiedene Farben. Da das Eis schmilzt, bewegt sich die Farbe und dreht sich. So vermischen sich die Farben. Male verschiedene Farbschichten auf den Eisblock. Das ist echt entspannend. Und das Resultat ist ein toller Effekt. Unser Bild ist fertig. Echt frostig, kapiert? Okay, ich sollte lieber mit der Aufgabe beginnen. Was ist mit meinem Stift los? Ist die Tinte leer? Das ist typisch. Was soll's? Sophia, hey. Alles okay, Luna? Mein Stift geht nicht mehr. Leist mir einen. Kein Problem. Ich hab bestimmt noch einen über. Hier irgendwo muss er sein. Äh, das ist kein Stift. Warte kurz. Hä? Na, so ein Zufall. Hm. Mann, ist das viel Zeugs. Ich sollte mehr Ordnung halten. Warte mal. Ich hab ne Idee. Ich weiß, wie ich mehr Ordnung schaffe. Zuerst bringe ich das Gummiband an meinem Ordner an. Ich brauch noch ein paar mehr. So kann ich all meine Sachen aufbewahren. Und innen gibt es noch mehr Platz. Alles ist an einem Ort und einfach zu finden. Sieht gut aus, oder? Und hier ist dein Stift. Hm? Was? Oh, ach so. Danke. Voll praktisch. Ich hatte einen so schönen Traum. Der Test ist echt langweilig. Mir gefällt er. Du bist so ein Streber. Gestalten wir das Ganze spaßiger. Hey, hör auf damit. Die Frage finde ich gut. Ach, kann das endlich vorbei sein? Oh, Augenblick mal. Hey, was ist schon wieder? Zieh dir das rein. Ich reibe den Stift an meinem Ärmel und drehe ihn um die Kapsel. Gib's zu. Du bist beeindruckt. Wow, ist das Magie? Lass mich mal. Hm, habe ich etwas falsch gemacht? Ein Magier verrät nie seine Geheimnisse. Vielleicht brauche ich mehr Reibung. Und los. Es klappt nicht. Oh, ich hab's. Hier helfen nur meine grauen Zellen weiter. Ah, ich hab die Erdanziehungskraft nicht beachtet. Und die Erdrotation bedeutet... Das ist es. Ich versuch's nochmal. Das ist keine Magie. Wenn du meinst... Oh, klasse. Hört auf zu reden. Sorry. Durchschaut. Ups. Ich hab dich im Auge, Sophia. Ich mach meine Aufgabe, okay? Das ist deine letzte Warnung. Hey, wo ist mein Stift hin? So wird das nichts mit dem Test. Oh, endlich zu Hause. Was für ein Tag. Das Wetter ist echt mies. Ich sollte den Regenschirm abstellen. Wow. Was ist mit dem Licht passiert? Wenigstens habe ich eine Taschenlampe. Wo liegt denn das Problem? Oh oh. Das ist gar nicht gut. Das kann ich nicht ignorieren. Aber was kann ich tun? Hm. Vielleicht hilft mir die Cola-Flasche weiter. Ran an die Arbeit. Für diesen Lifehack brauchst du eine leere Cola-Flasche. Okay, lasst uns anfangen. Schneide die Flasche oben und unten auf. Dasselbe machst du mit der zweiten Flasche. Stecke eine Flasche in die andere. Dann steckst du eine kleine Flasche hinein. Das ist perfekt für einen regnerischen Tag. Oh, hi Sophia. Hi. Das Wetter ist heute echt mies. Voll regnerisch. Nein. Licht. Hä? Was ist denn? Du musst das hier benutzen. Stülpe die Flasche über den Regenschirm. So gelangt kein Wasser auf den Boden. Das Wasser wird so in der Flasche aufgefangen. Den kriegst du wieder. Wow. Das ist echt praktisch. Pass auf. Oh, sorry. Ich hole besser die Taschenlampe. Komm rein. Sie wollten mich sehen? Bitte, setzen Sie sich. Wir haben ein Problem. Sehen Sie sich Sophias Klassenarbeit an. Das ist eine Schande. Du meine Güte. Hey, mir ist oft langweilig. Das muss aufhören. Augenblick, ein Anruf. Hallo? Sophia, ich bin so enttäuscht von dir. Bin gleich wieder da. Endlich ist er weg. Willst du spielen? Was? Schnapft dir einen Stift und lass uns spielen. Echt jetzt? Hab einen. Oh. Der wird aber nicht funktionieren. Mal nachdenken. Liegt hier etwas Nützliches herum? Hm. Ich lege einen Klebestreifen über das Notizbuch. Und klebe noch einen daneben. Dann kommen zwei horizontale Klebestreifen hinzu. Nun brauche ich ein paar Büroklammern. Und ein paar Papierklammern. Okay, ich beginne. Los, du bist dran. Oh, das ist lustig. Meine Klammer kommt hier hin. Nicht schlecht. Gut geblockt. Das ist echt spannend. Dieses Mal nicht. Ja. Ich hab gewonnen. Cool bleiben. Er hat keine Ahnung. Was ist hier los? Wie war es? Ich brauche Urlaub. Na los. Was dauert das so lange? Ich liebe dich, Mr. Einhorn. Jui. Geschafft. Wir haben das Haus bekommen. Lasst uns packen. Der ist für dich, Liebling. Den brauchen wir nicht mehr. Okay, ich beginne hier. Wow, wir haben echt viele Sachen. Pack dein Spielzeug ein, kleines. Rein mit dir. Zeit zu schlafen. Dich darf ich nicht vergessen. Das klebe ich zu. Und dann ist die Kiste fertig gepackt. Ich bin fertig, Mami. Darf ich Klebeband haben? Natürlich. Wo soll ich nur anfangen? Oh, das klebt voll. Alles okay, Sophia? Oh nein. Ich bin gefangen, Mami. Hilf mir. Nicht bewegen. So ist es besser. Das könnte wehtun. Hab ich dich. Danke, Mom. Okay. Und weiter packen. Einen Augenblick. Das könnte nützlich sein. Mit diesem Trick wird der Gebrauch von Klebeband einfacher. Stecke einen Kabelbinder durch die Klebebandrolle und ziehe es zu. Dann schneide die Enden ab. Das sollte helfen. Du kannst loslegen, Mami. Ich bringe das Klebeband an der Box an. Und fahre mit dem Kabelbinder nach unten entlang. Jetzt bist du dran. Wow, das ist eine schwierige Aufgabe. Es funktioniert, Mami. Das ist toll. Du bist eine große Hilfe. Was ist dieser Lärm? Äh, es gibt ein Problem. Hihihi. Helft ihr mir? Das ist die beste Tarnung. Ziel gesichtet. Warum? Ich hab mein Bestes getan. Wie unfair. Hey, redet die Pflanze mit mir? Hier drüben. Ich? Komm hierher. Okay. Setz dich. Sorry. Die Pflanze greift mich an. Was ist das Problem? Ich bin durchgefallen. Hm. Ich kann dir helfen. Sieh her. Wow. Eine Eins? Das ist nicht kostenlos. Klar. Wow. Danke, seltsame Fremde. Wie hast du das geschafft? Eigentlich sollte ich das für mich behalten. Aber um immer eine Eins zu bekommen, brauchst du einen großen Stift. Benutze ein Skalpell, um den Radiergummi in ein Dreieck zu schneiden. Dann ritzt du eine Eins hinein. Tauche den Radiergummi in rote Farbe. Und teste den Stempel auf Papier. Siehst du? So einfach geht das. Wow. Das muss ich mir merken. Danke. Oh, da sind meine Freunde. Leute, seht euch das an. Ihr könnt immer Einsen schreiben. Aus dem Weg. Das Geschäft boomt. Setz dich. Hier für dich. Das war's mir wert. Danke. Her mit der Bezahlung. Hey. Wow. Das ist nicht umsonst. Danke. Hm, das ist definitiv ein Mikroskop. Konzentriert euch, Klasse. Das ist eine wichtige Arbeit. Die brauche ich nicht mehr. Lass mich mal schauen. Ah, okay. Wird Zeit für etwas Hilfe. Was würde ich nur ohne mein Telefon machen? Das darf doch nicht wahr sein. Gib mir dein Telefon. Aber, na gut, hier. Der ist total streng. Warte mal, weißt du all die Antworten? Natürlich nicht. Ich spicke auch. Hier. Ich arbeite mit einer falschen Hand. Ziemlich clever. Fürs Schummeln solltest du eine Eins bekommen. Oh, schau ihn dir an. Er ist so süß. Oh, das schnapp ich mir. Hey, gib das wieder her. Niemals. Das ist meins. Lass einfach los. Oh oh. Schau, was du gemacht hast. Du machst alles kaputt. Das tut mir leid. Das meinte ich ernst. Vielleicht kann ich es ja wieder gut machen. Dafür brauche ich aber das Heft. Hey, Jennifer, schau mal. Ich kann diese Aufgabe in etwas Süßes verwandeln. Zuerst löse ich die Gleichungen. Das ist ziemlich einfach. So. Das war's. Nein. What? Ich ändere die Lösungen ein wenig ab. Und aus den Zahlen werden Buchstaben. Und daraus wird eine Liebeserklärung. Jetzt bin ich fertig. Wie findest du das? Ich hab dich doch lieb. Oh. Tut mir leid. Das war nur ein blöder Streich. Besties? Natürlich. Oh. Was für ein interessantes Buch. Hey, Mami. Hm. Hallo, Liebes. Äh, wo ist es? Ich find's nicht. Aha. Hab's. Wendy. Sei vorsichtig. Schau, was du gemacht hast. Ich muss weg. Oh, das macht Spaß. Hallo, Mama. Hallo, Süße. Fang. Nein. Nicht schon wieder. Meine ganzen Unterlagen sind nass. Schau dir das an. Ups. Ich verschwinde mal lieber. Nicht bewegen. Aber ich hab dir was zum Trinken gemacht. Das war ein bisschen dramatisch. Dann setze ich mich hier hin. Warte mal. Ich hab eine Idee. Und dafür brauche ich dieses Klebeband. Hab's. Das sollte klappen. Ich wickle einen Streifen um das Tischbein. Und klebe das Ende dann an die Rolle. Das sieht stabil aus. Das ist ein super Becherhalter. Mama, schau mal. Ich kann jetzt nichts verschütten. Uh, das ist sehr praktisch. Hm. Und es schaut auch gut aus. Oh, der ist köstlich. Ja. Ich wusste, dass der dir schmeckt. Mein liebes Mädchen. Danke, Mama. Was esse ich zuerst? Oh, die sehen gut aus. Hm. Die riechen lecker. Los geht's. Ach, tschi. Ups. Oh, das ist fantastisch. Endlich zu Hause. Wo sind meine Schlüssel? Ist okay. Wendy ist ja zu Hause. Wuhu. Was dauert denn so lange? Wendy? Hallo? Oh, yeah. Wuhu. Oh, mein Kopf. Das tut weh. Was ist das für ein Geräusch? Lass mich rein, Wendy. Oh, nein. Hier sieht's aus wie im Saustall. Mama wird sauer werden. Ich muss schnell sauber machen. Hä? Wo ist der Rest vom Wischer? Hm. Was mach ich denn jetzt? Ja, genau. Ich nehm einfach meine Socken. Ich zieh die einfach über den Wischer. Und mache das gleiche mit der anderen Socke. Jetzt ist es ein Do-it-yourself-Wischer. Ich bin genial. Und jetzt muss ich sauber machen. Wow, das war eine großartige Idee. Oh, hi, Mami. Komm rein. Wie war dein Tag? Hm. Was geht hier vor sich? Komm, setz dich. Relax. Das war knapp. Hier ist es sauber. Ich meine wirklich sauber. Warte. Was ist das? Äh, nichts. Ich sitze auf etwas. Das ist eine leere Chipstüte. Äh, wie ist die denn hierher gekommen? Tschüss. Komm zurück. Und hier lagern wir die wertvollsten Gegenstände. Die werden immer unter Verschluss gehalten. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Du kannst dich aber mal umsehen. Das ist ziemlich beeindruckend. Cool. Hereinspaziert. Wie du siehst, ist das ziemlich sicher. Wir haben ein Safe für die wertvollsten Gegenstände. Das ist der Safe-Schlüssel. Schick. Grün bedeutet, dass er offen ist. Sieh da. Ist der nicht wunderschön? Wow. Darf ich den mal anfassen? Benimm dich gefälligst. Sorry. Der hat nur so gefunkelt. Ich vertraue dir die Schlüssel an. Verliere sie bloß nicht. Sie können auf mich zählen. Ich meine das ernst. Natürlich. So weit, so gut. Aha. Ups. Mir ist so langweilig. Ja, ich weiß. Ich werfe einen Blick auf den Diamanten. Was kann schon passieren? Oh oh. Wo ist der Schlüssel? Das ist schlecht. Nein, das darf nicht wahr sein. Wie ist er da hingekommen? Was mache ich denn jetzt? Vielleicht komme ich irgendwie ran. Noch ein bisschen weiter. Äh. Was machst du da? Äh. Ich reinige nur die Gitterstäbe. Die sind ganz schön schmutzig. Das nenne ich Einsatz. Ich muss mich beeilen. Noch ein bisschen weiter. Ich hab's geschafft. Oh. Oh oh. Der Alarm. Ein Insiderjob, was? Du fährst ein. Hey, hey, du. Hey, aufpassen. Nicht träumen. Ich darf die nicht verlieren. Warte. Ich habe eine Idee. Das sollte mein Problem lösen. Ich platziere den Schlüssel in einer Form. Dann den Safe-Schlüssel obendrauf. Ich ziehe noch eine Linie am Schlüssel entlang. Und ich habe eine Schale mit Epoxidharz vorbereitet. Das gieße ich direkt in die Form. Ich mache die Form bis oben hin voll. Und umschließe die Schlüssel. Jetzt lasse ich es aushärten. Danach hole ich die Schlüssel aus der Form. Diese Schlüssel werde ich nie verlieren. Ich muss an den Safe ran. Ja, sofort. Kommen Sie rein. Wo ist der Safe-Schlüssel? Den habe ich hier. Hä? Was ist das? Der Safe-Schlüssel ist hier drin. So geht er nie verloren. Hä? Das ist sehr gut. Du machst einen großartigen Job. Mir ist so langweilig. Ich versuche aufzupassen. Das ist total interessant. Fertig. Meine Notizen sind fertig. Du bist voll nerdy. Ich kapiere nichts davon. Wer kann darauf antworten? Jennifer? Na, lass mal. Wendy? Oh, okay. Danke. Das ist die Gelegenheit. Oh, das wusste ich nicht. Warte mal. Oh nein. Das ist eine Katastrophe. Ich habe in ihr Heft gemalt. Jetzt weiß sie, dass ich bei ihr abgeschrieben habe. Außer ich kann es verstecken. Ich kopiere das Geschriebene nach hinten ins Heft. So wird sie es erst mal nicht bemerken. Was macht sie denn jetzt? Sie macht definitiv keine Schularbeiten. Fertig. Aber noch eine Sache ist zu tun. Ich muss so einen blöden Kreis zeichnen. Hätte ich mal im Unterricht aufgepasst. Was ist da los? Arbeitet sie etwa mit? Ich zeichne um die Rolle Klebeband rum. Das ergibt den perfekten Kreis. Na, vielleicht auch nicht. Es tut weh, das zu sehen. Mach weiter, Wendy. Oh, ich hab's. Ich hab diese Münze. Langsam. Warum ist das so schwer? Das ist doch nur ein Kreis. Hä, was kann ich sonst doch nehmen? Hm, was ist mit der Schere? Ich denke, das könnte klappen. Einen Versuch ist's wert. Ich leg die Schere auf den Tisch. Dann trage ich Kleber auf einen der Griffe auf. Und jetzt klebe ich einen Bleistift drauf. Das scheint zu halten. Jetzt kann ich sie in perfekten Kreis ziehen. Die Schere funktioniert jetzt wie ein Zirkel. Ich muss sie nur herumdrehen. Ich hab's geschafft. Zum Glück. Danke. Gut gemacht, Wendy. Jennifer? Warum die Mühe? Das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, sie bemerkt es jetzt nicht. Moment mal, das darf nicht wahr sein. Oh nein, sie hat's geschnallt. Da ist Staub auf meiner Seite. Puh, bin ich froh, diesen Zirkel für die Kreise zu haben. Das darf doch nicht wahr sein. Aber, naja. Ich wusste, dass ich diese Klasse hasse. Ich liebe diese Oberteile. Ich hänge sie besser gleich weg. Hm, ich hab ne Menge Klamotten. Hier muss doch Platz sein. Nee, offensichtlich nicht. Vielleicht kann ich noch eine Lücke schaffen. Ja, ich schaff's. Oh, oh, wow. Das sollte eigentlich nicht passieren. Ich brauche eine Pause. Warte mal. Ich hab eine Idee. Ich nehme die Lasche von der Dose ab. Genau die brauche ich. Ich stülpe sie über den Bügel. Und benutze sie dann, um den zweiten Bügel aufzuhängen. Und noch einmal. Das ist total platzsparend. Jetzt passen alle meine Oberteile in den Schrank. Alles ist ordentlich aufgeräumt. Und jetzt hab ich Zeit für Spaß. Ein bisschen unterrichten. Kein Grund zur Sorge. Bitte, ich hab eine Frage. Hallo, hier drüben. Oh, nee. Was wird das wieder? Und dieses ganze Make-up auf dem Tisch. Was zum... Hä? Das ist neu. Oh, was für ein Tag. Also, wo war ich? Oh, ouch. Hey. Ups, Entschuldige. Ja, hab ihn. Uh. Gleich. Gleich. Ah, guten Morgen. Bereit für den Unterricht? Ja, na klar. Hm. In meinem Unterricht sind Videospiele verboten. Ah, klaro. Natürlich. Hm. Gute Idee. Weiter geht's. Ja, ja. Erwischt. Entschuldigung. Das ist deine letzte Verwarnung. Haha. Ich schieb's einfach hier rein und zock weiter. Hey, was treibst du denn da? Halt still. Ähm, was fällt dir eigentlich ein? Oh, Entschuldigung. Einer ist immer dabei. Sorry. Was ist denn da los? Sie liest in ihrem Buch? Moment mal. Hä? Oh oh. Schluss für heute. Das war's. Was machst du denn noch hier? Schule ist seit Stunden aus. Diese Kinder heutzutage. Hallo Leute. Wie kommt der denn hier? Na schön. Willkommen in meinem neuen Klassenraum. schon besser. Schon besser. Perfekter Winkel. Was macht die denn? Oh wow. Mal was Neues. Hey Leute. Beste Tänzerin aller Zeiten, nicht wahr? Äh. Ein neues Jahr und noch mehr Schüler. Mal sehen. Gina? Danke Leute. Ich lieb euch. Ähm. Pst. Hey. Hey. Du bist dran. Hä? Oh oh. Ja, Frau Lehrerin? Gina. Im Unterricht herrscht Handyverbot. Ups. Sorry. Passiert nicht nochmal. Und das ist meins. Aber das ist meine Zukunft. Ich lieb euch. Dankeschön. Danke. Oh. Mein Pokal. Danke. Ah. Absolut perfekt. So. Perfekt. Gina. Gina. Wach auf. Hä? Was? Oh nein. Du fällst in diesem Fach durch. Ah. Wow. Mein erster Tag. Hi. Hi. Zeit für das Wesentliche. Süßigkeiten hab ich. Schulbuch. Noch mehr Süßigkeiten. Schreibheft. Pringles. Federtasche. Mehr Süßigkeiten. Klebezettel. Cola. Und der Rest. Uuuh. Und das Wichtigste. Leckere Nudeln. Etwas heißes Wasser und... Oh mein Gott. So lecker. Und jetzt rein damit. Oh ja. Guten Appetit. Oh das riecht himmlisch. Hm. Oh. Oh oh. Ahem. Ich glaub du hast was vergessen. Hier ist weder Essen noch Trinken erlaubt. Alles bitte hier rein. Okay, Herr Lehrer. Tschüss Schokoriegel. Vielen Dank. Tut mir leid. Ach was. Kein Grund zur Sorge. Pass auf. Geh nach unten. Tada. Wow. Sind das Schokolinsenschuhe? Cool, oder? Wow. Mein Geheimvorrat. Hm. So lecker. Los. Nimm dir auch eine. Oh. Danke. Lecker. Ich weiß. Hm. Okay. Die Lösung ist sieben. Moment. Nein. Das stimmt nicht. Wie wär's? Hallo. Oh. Hi. Wow. Was für ein Klassenraum. Ähm. Entschuldige. Kann ich ein Blatt haben? Sicher. Kann ein Problem. Danke. Das ist ja so aufregend. Jetzt einfach nur. Oh oh. Ähm. Entschuldige nochmal. Was ist? Kann ich mir auch einen Stift borgen? Ja, Nugo. Bitteschön. Danke dir. Okay. Was hab ich verpasst? Aha. Hm. Aha. Ah. Mittagspause. Na endlich. Was hab ich heute? Oh. Belegte Brote. Lecker. Ich bin so hungrig. Ja? Das sieht fantastisch aus. Kann ich eins abkriegen? Meins hab ich vergessen. Ah. Na schön. Hier. Oh. Dankeschön. Lecker. Oh. Oh. So gut. La 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 la. Ah. Entschuldige. Kannst du mir mal Klopapier rüberreichen? Bitte. Hier ist keins. Dein Ernst? Hier auch? Ah. Na, wenn's sein muss. Bitte. Okay. Okay. Vielen Dank auch. Oh. Bitte lass uns einen Test schreiben. Bitte, bitte, bitte. Ich bereite schon mal alles vor. Als erstes meine Bücher. Perfekt. Und noch das Handy ausschalten. Bereit. Bitte schön. Hier ist deiner. Juhu. Und für dich. Und los geht's. Ah. Also, das ist falsch. Und das hier. Hm. Das stimmt ganz und gar nicht. Ah. Schon besser. Hey. Ähm. Hey. Hä? Hä? Könntest du mir vielleicht helfen? Uff. Na, aber sicher. Bitte schön. Lies die hier. Bitte in dich. Na, klasse. Also, wo war ich? Hä? Hey, da drüben. Wie geht's? Oh. Hi. Ob du mir wohl helfen könntest? Du weißt schon. Den Test. Ah. Sicher kann ich das. Bitte schön. Lies die hier. Fast fertig. Ja. Erledigt. Was? Wie? Ah. Och, Nenno. Hast du den Film schon gesehen? Ja, hab ich. Echt gut. Absolut. Und das Ende? Das hab ich null erwartet. Ich weiß. Wow. Hallo, Leute. Wow, wow, wow. Ich frag mich. So. Hab alles. Ah. Hä? Was mach ich denn hier unten? Haha. Was gefunden? Loser. Du bist so gemein. Okay. Das kann ich verhindern. Hey. Ich geh mal rüber und sag Hallo. Oh, hi. Ich bin... Ähm. Nein, danke. Tschüss. Es gibt einige Dinge im Leben, die du nicht gerne tust. Wie Hausaufgaben. Aber wie kannst du sie umgehen? Ob du's glaubst oder nicht, es ist viel einfacher als du denkst. Hey, ist das Lippenstift? Mit ein paar Tupfern kannst du dein Schicksal ändern. Und vergiss nicht, es dir unter die Nase zu reiben, Jennifer. Oh je. Du siehst aber nicht gut aus. Hast du dir was eingefangen? Nur ein Fall von. Ich will nicht zur Schule gehen. Ach, es ist ein schöner Tag heute. Stimmt's? Bäh. Was zum Teufel ist in deinem Gesicht, Kate? Oh Mann, das Ding ist aber krass. Die werden mich alle auslachen. Hey, Leute. Habt ihr noch nie einen Pickel gesehen? Was ist denn so lustig daran? Es reicht. Ich werde für immer untertauchen. Nee, ich gehe definitiv nicht zur Schule. Aber wie überzeuge ich meine Mutter davon, dass ich zu Hause bleibe? Ich simuliere einfach. Das sollte klappen, oder? Hast du Schnupfen, Kate? Dann sollten wir deine Temperatur messen. Nicht, dass du die Grippe hast. Aber ich hab kein Fieber. Wie kann ich das Ding ein paar Grad höher treiben? Ja, Mama geht raus. Oh nee, Kate, sie kommt zurück. Ah ja, sie macht den Föhntrick. Es ist noch nicht heiß genug. Komm schon, das muss doch klappen. Immer noch nicht hoch. Du brauchst einen feuerspeinenden Drachen, um das Ding aufzuheizen, Kate. Sieht aus, als würdest du und dein Pickel zur Schule gehen. Hey, meine Mutter hat ihren heißen Kaffee vergessen. Wenn ich das Thermometer da reinstecke, steigt die Temperatur. Ja, das ist es. Upsi, auf frischer Tat ertappt. Du bist in großen Schwierigkeiten, Fräulein. Nee, alles nur nicht in die Schule. Raus aus den Federn, Jennifer. Zeit für die Schule. Wie spät ist es? Sechs Uhr? Nein, es ist schon neun Uhr. Oh Mensch, ich hab nur eine Sekunde die Augen zugemacht. Heute ist Prüfung. Schnell, schnapp dir deine Sachen und rann zum Bus. Du musst los. Ja, immer wenn man in Eile ist, klappt nichts wie gewohnt. Wieso nur? Schnapp dir alles, was du finden kannst und los. Brauche ich die Brotdose? Wenn ich mir es recht überlege. Gut, die Luft ist rein. Diese kleine Nudel wird mir den Tag retten. Oh, dieser Rucksack ist so schwer. Okay, Papa, fährst du mich jetzt zur Schule? Na klar, Schatz. Halte die Nudel zwischen den Zähnen, wenn dein Papa dir hilft, den Rucksack aufzusetzen. Und dann beißt du genau den richtigen Moment drauf, so hart du kannst. Jennifer, war das dein Rücken? Es ist ziemlich verrückt, aber es funktioniert jedes Mal. Fast zu gut. Oh nee, er ruft den Notarzt. Keine Sorge, bald ist alles wieder in Ordnung. Ja, immerhin besser als der Mathe-Test, oder? Sprühflaschen sind für viele Dinge geeignet. Ja, vor allem für Fake-Mieser. Schaut zu und lernt, Freunde. Oh, tschi. Kate, hast du schon mal was von Taschentüchern gehört? Oh, du hast Frau Appleby total verarscht. Aber warum diesen Streich nur einmal abziehen? Oh, Kate, ist das dein Ernst schon wieder? Dieses Ding ist Gold wert, hab ich recht? Diese Masche kannst du auch bei deinen Eltern anwenden. Tschi. Äh, sorry, nur eine kleine Erkältung. Du hast deine Keime direkt in meinen Kaffee genießt? Das war's. Du gehst heute nicht in die Schule, Fräulein. Ich schreib deiner Lehrerin SMS. Ja, das ist perfekt. Oh, sieht so aus, als bleibt Kate heute zu Hause. Okay, das ist geklärt. Ja, heute hat sie schulfrei. Danke, Mama. Ich brauch nur einen Tag, um mich besser zu fühlen. Der Sprühflaschen-Trick gewinnt wieder. Hey, Jennifer, du siehst aber nicht begeistert aus heute Morgen. Ja, das liegt daran, dass der Gedanke, zur Schule zu gehen, mein Gehirn taub macht. Beeil dich, Jen. Es wird Zeit zu gehen. Okay, Mama. Oh je, geht's dir auch gut? Entdeckung, Jennifer spuckt gleich. Oh mein Gott, mein armes Baby. Keine Sorge, Jen ist nicht wirklich krank. Steck dir einfach mal Handvoll von dem Zeug in den Mund, trinke etwas Orangendoft dazu und kaue. Aber nicht runterschlucken. Ziemlich überzeugend, oder? Dieser Trick ist perfekt für unliebsame Projekttage. Das ist sicher. Meine Liebe, vielleicht ist es besser, wenn du heute zu Hause im Bett bleibst. Zieh deinen Schlafanzug an und ich mach dir einen Ingwertee für deinen Bauch. Ah, ich sagte doch, dass es funktioniert. Hast du schon mal die ganze Nacht Netflix geschaut? Keine große Sache am Samstag, aber an Schultagen ist das nicht die beste Idee. Oh nee, meine Mutter kommt. Kate? Was machst du noch im Bett? Vielleicht hilft dir Tageslicht, um wach zu werden. Der Bus ist in 15 Minuten da, Kate. Warum bist du auch immer so lange wach, dass du morgens nicht rauskommst? Was hat die denn für ein Problem? Ach, warum bin ich nur die ganze Nacht aufgeblieben? Und das sieht man auch. Oh, ich sehe ganz schön fertig aus. Aber vielleicht finde ich einen Weg, zu Hause zu bleiben, um auszuschlafen. Hm. Und dieses kleine Handtuch wird mir helfen. Wenn das Wasser schön heiß ist, tauche das Handtuch für ein paar Minuten ein. Lass es ein wenig abkühlen und leg es direkt auf deine Stirn. Ja, schon bald fühlt sich dein Kopf warm an. Perfekt. Lass es drauf, bis deine Mutter zurückkommt, um nach dir zu sehen. Du liegst immer noch im Bett, Kate. Kate? Kontrolliere meine Temperatur. Ich fühle mich schrecklich. Mal sehen. Du fühlst dich warm an, Schatz. Okay, du bleibst liegen und ich hole dir Medizin. Mädel, du hast dir gerade ein paar kostbare Schlafstunden ergaunert. Aber zuerst noch eine Folge. Ach, ich bin so ein Genie. Toll, oder? Gott sei Dank ist Mittagszeit. Hey, willst du was von unseren Snacks? Äh, nee. Mein Salat ist einfach perfekt. Ich poste ihn auf Instagram. Alle werden total neidisch sein. Ach, genau wie ich dachte. Sie lieben ihn. Dann kann ich ja jetzt mein Mittagessen essen. Ähm, was denkt sie denn, was sie da tut? Sitzt die jetzt wirklich neben mir? Auf keinen Fall. Wenn die bleibt, dann geh ich. Tschüss. Habt noch ne schöne Mittagspause. Eigentlich möchte ich mich ja auch viel lieber zu Ihnen setzen. Hallo, welches Buch schaut ihr euch denn an? Äh, wir sind eigentlich fertig. Danke. Okay, tschüss. Ja, dann esse ich mal mein Mittagessen. Hey, ich hab unser Mittagessen. Oh, danke. Ich bin am Verhungern. Oh, das wird so lecker. Oh, das schmeckt fantastisch. Oh, äh, ja, hier ist ne Serviette, wenn du eine brauchst. Du hast da was im Gesicht? Oh, alles klar. Ja, danke. Hier, du kannst sie wieder haben. Boah, das ist so eklig. Ich könnte nie so schlampig sein. Hey, ja, vielleicht solltest du ein Letzchen benutzen. Was, bin ich ein Baby? Nee, danke. Ganz im Ernst, ich denke wirklich, dass du eins nutzen solltest. Okay, gut. Mann, ich will nur essen. Es wird noch schlimmer. Wie kann das denn noch schlimmer werden? Boah, die weiß noch nicht mal, wie sie ist. Bah, aus dem Weg, ihr Haare. Oh, ich kann da nicht mehr hinsehen. Oh, was ein Albtraum. Hm, das Mittagessen war toll. Was? Ich muss weg. Manchmal ist die echt komisch. Hey, oh, mehr Essen für mich. Alles klar, hier ist meine Dose Cola. Oh, ich hab so'n Hunger. Das wird lecker. Ja, meine perfekten Sandwiches. Ew, das ist ja ekelhaft. Boah, so eklig. Und mein Mittagessen ist ruiniert. Was soll ich denn jetzt machen? Ich bin am Verhungern. Oh. Ja, ich warte schon den ganzen Tag drauf, dieses Mittagessen zu essen. Hoffentlich ist niemand in der Nähe. Hey, kann ich was von deinem Mittagessen haben? Äh, nee, das ist mein Mittagessen. Hol dir dein eigenes. Mein Mittagessen wurde ruiniert. Bitte, mein Stück. Ich hab nein gesagt. Nimm deine schwarze Hände weg. Endlich, Zeit zum Essen. Ich liebe auch Kirschtomaten. Geh weg. Ich will essen. Ich schleich mich einfach von hinten ran. Ups, sie hat mich erwischt. Mann, die sieht wütend aus. Ich hab nein gesagt. Uh, sie hat ihren Deckel vergessen. Ach, doch nicht. Keiner wird mich im Bad stören. Ich check mal besser meine Umgebung. Nur für den Fall. Endlich, ich kann mein Mittagessen in Ruhe genießen. Was für eine Tortur. Aber wenigstens hab ich mein Essen geschützt. Hey, nur eine Kirschtomate. Na gut, nimm sie. Ich will sie nicht mehr. Dann nimm auch gleich die ganze Schale. Ah, dieser Apfel sieht so schön aus. Hey. Du willst doch bestimmt den Apfel mit mir teilen. Äh, äh, was? Was ist noch grad passiert? Du kannst ihn wieder haben. Mach einfach ein Video von mir. Äh, äh, okay. Ja, das kann ich machen. Ach, der Druck, dass ich im Bild bin. Wow, das kann die aber wirklich gut. Ich würd wahrscheinlich auf mein Gesicht fallen. Toll, danke. Hier ist dein Apfel. Was für ein schräges Mädchen. Pizza ist das beste Mittagessen. Warte, was ist denn das für ein Geruch? Boah, das stinkt. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, die setzt sich hier hin. Hey, ich setz mich hier hin, wenn's dir nix ausmacht. Mein üblicher Tisch ist besetzt. Hi. Boah, was ist die denn da eigentlich, was so stinkt? Ach, was für eine schöne Zwiebel. Die riecht so gut. Oh mein Gott, die ist die wie ein Apfel. Ich hab noch eine Zwiebel, wenn du auch eine möchtest. Nee, danke. Mir reicht das. Wie du willst. Dann mehr für mich. Dieser übrig gebliebene Fisch ist so gut. Ja, ein ganzes Fischfilet. Widerlich. Ach, das sieht gut aus. Ich muss nur noch die Zwiebeln und Paprika anordnen. Jetzt kommt der Fisch obendrauf. Ich muss das kurz aufwärmen. Bin gleich wieder da. Oh, die ist weg. Haben sie ja den Fisch mitgenommen. Fanta wird helfen, den Geruch zu beseitigen. Oh, das ist aber ein mächtiger Zwiebelatem. Oh, mein Fisch ist fertig. Boah, ich kann das bis hier riechen. Das ist das beste Essen. Ich fang mit den Pommes an, weil die schön frisch sind. So gut, ich könnte das jeden Tag essen. Hey. Ich bin auf Diät. Heute gibt es nur Wasser und Brokkoli für mich. Schau nicht auf ihr Essen und iss einfach deinen Brokkoli. Hm, das ist köstlich. Oh, sie hat auch Pizza. Ich liebe Pizza. Schließe deine Augen. Nicht den Burger anschauen. Aber das nutzt nichts. Kann ich eine Fritte haben? Oh, mein Gott. Das riecht so gut. Schokolade, die brauche ich. Danke. Riecht die Schokolade und iss dann den Brokkoli. Ich muss mir dein ganzes Tablett ausleihen. Hey, das ist mein Mittagessen. Ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück. Das ist der Grund, warum ich keine Diät mache. Ich nehme es Black-Compokoli für mich. Na, ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück. Ich nehme es weg. Ich nehme es zurück. Aber das ist der Grund, warum ich nicht so dasselbe. Ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück. Wie kann es mir zwei glut für mich. Nein? Und dann war ich dran und hab den Schuss natürlich voll versenkt. Das war genau wie damals, als... Moment, was hast du da? Oh, das? Das ist eine Röhre, mit der man so spielen kann. Ach so, so eine hab ich auch. Nur, dass meine etwas besser ist als deine. Wow, ganz schön riesig. Ach, das hat gut geschmeckt. Hey, willst du einen Lolli? Äh, nein. Ich hab selbst einen. Und er ist viel besser als deiner. Okay, wie du meinst. Hat er ein Oberteil aus Puppets an? Hey, gefällt's dir? Hey, ja, Puppets mag doch jeder. Oh, der Unterricht beginnt. Guck mal, mein neues Heft. Süß, oder? Oh mein Gott, das findest du süß. Warte mal. Äh, auf deinem Heft ist gar nichts zu sehen. Richtig, weil ich einen echten Hund habe. Viel süßer als ein Motiv. Hey, sind Haustiere überhaupt in der Schule erlaubt? Was ist, was ist los? Mein Fuß. Oh, echt jetzt? Du Jammerlappen, das war doch gar nichts. Pass mal auf. Na, das nenn ich mal den ordentlichen Sturz. Dein Ernst? Du musst doch nicht immer der Beste sein. Seid ihr bereit? Auf jeden. Sie wird mein selbstgemachtes Parfüm lieben. Wow, sie freut sich bestimmt über dein Poster. Ah, der Test war die reinste Zeitverschwendung. Oh mein Gott, da ist sie. Okay, du darfst mein Make-up auffrischen. Oh mein Gott, ihre Haut ist so rein und perfekt. Ein Autogramm, sie hat mir ein Poster signiert. Für den Duft habe ich Flieder genommen, weil du Flieder so gerne magst. Sie riecht so himmlisch. Eine Bananenschale. Ich rette sie. Warte. Nein. Oh mein Gott. Geschafft. Ich habe sie gerettet. Sind hier eigentlich nur Loser unterwegs? Ah, ich habe Schiss vor ihr. Schnell weg. Das ging schnell. Die Lehrer sehen echt bescheuert aus. Das haben wir gleich. Los geht's. Viel besser. Ah, mein nächstes Opfer. Hey, was ist du da? Gib das her. Ja, den Müll kannst du behalten, der passt zu dir. Aus dem Weg. Jetzt komme ich. Du spinnst wohl. Das ist mein Platz. Oh, dieses Fach ist echt das Letzte. Was guckst du so blöd? Hey, gib mir mal deine Kopfhörer. Damit lässt sich der Unterricht vielleicht aushalten. Geiler Song. Hm, was ist denn da los? Hey. Das reicht. Solche ein Verhalten toleriere ich nicht in meinem Klassenraum. Ich rufe Verstärkung. Wer ist so lebensmüde und stört mich? Oh, Mom. Was machst du denn hier? Was erlaubst du dir alles? Dein Lehrer hat mir alles erzählt. Du gehst in die Schule, um zu lernen, nicht um Unruhe zu stiften. Wow, wieder was Neues dazugelernt. Oh, der Physik-Test wird zurückgegeben. Nur sechs? Oh yes, das heißt, dass ich noch mehr lernen muss. Lernen macht einfach so viel Spaß. Wow. Oh, mein Handy. Jetzt ist das Display kaputt. Wow, das nenne ich mal einen krassen Kratzer. Yes, endlich Pause. Zeit zu essen. Mal sehen, was ich heute dabei habe. Hey, wo ist mein Essen? Ah, alles im Rucksack. Wow, das sieht so gut aus. Das muss ich sofort probieren. Und hey, mit ein bisschen Ketchup obendrauf schmeckt es gleich viel besser. Yes, ich liebe es. Meine Lieblingsbeschäftigung. Du hast einfach die schönsten Augen der Welt, die hier sind für dich. Willst du meine Freundin sein? Sorry, aber das kommt nicht in Frage. Wow, sie hat mich so höflich abgewiesen. Oh, was zum Henker. Das ging ja voll daneben. Aber wenigstens erfrischend. Wow, es wäre so cool, Geld zu gewinnen. Ein Honigwabenkeks. Ich weiß schon, was zu tun ist. Das ist so cool, ein geniales Spiel. Ich bin mir sicher, ich gewinne. Ups, auseinandergebrochen. Ich bin gespannt, was als nächstes passiert. Nein, Hasen haben keine Hörner. Oh, mein Wecker. Oh, ich beeile mich lieber, bevor ich zu spät komme. Hey, du hast wohl verschlafen, ha? Moment mal, wo sind meine Schulsachen? Oh nein, ich habe alles zu Hause vergessen. Hey. Hey, leihst du mir ein Blatt und einen Stift? Wenn es sein muss. Du bist ganz schön vergesslich. Danke, du bist meine Rettung. Oh nein, kein Essen. Ich habe mein Pausenbrot daheim vergessen. Irgendjemand starb mich doch gerade an, oder? Gibst du mir bitte was von deinem Essen ab? Na schön, bei diesem Hundeblick wird auch jedes Herz weich. Schnell beeilen, sonst komme ich noch zu spät. Puh, geschafft. Und diesmal habe ich auch alles dabei. Oh, Moment mal. Ach du Schreck, mein Kopf, wo ist mein Kopf? Endlich Pause. Ich bin echt am Verhungern. Guten Appetit. Hey, gibst du mir deinen Burger ab? Ich bin so hungrig. Echt jetzt? Wie kannst du nur so viel essen? Was soll's? Hier, bitteschön. Wenn du so weitermachst, wirst du aber irgendwann ganz schön fett. Ähm. Hab schon aufgegessen. Du machst doch Witze. Ja, okay. Hier, nimm den Burger und sei endlich still. Das ist voll der krasse Horrorfilm. Mach mal Platz, ich will mich auch setzen. Wow, sowas siehst du dir an? Ganz schön gruselig. Hey, warum isst sie mein Popcorn? Sie hat doch ihr eigenes. Oh Mann, sie hat schon alles aufgegessen. Okay, das Training kann losgehen. Oh, das geht voll in die Arme. Oh, so anstrengend. Oh, ein Sandwich. Nur ein kleiner Bissen. Oh, Schokolade. Die muss ich unbedingt probieren. Ein Donut? Ich liebe Donuts. Und mit Pfanda nachspülen. Wow, Sport ist echt anstrengend. Oh, ich hab so Kohldampf. Wann ist die Stunde denn endlich vorbei? Was? Warum guckst du so? Was? Nein, ich hab nichts zu essen für dich. Hast du was zu essen für mich? Ich bin echt am Verhungern. Nein. Ich muss irgendwas essen, sonst fall ich noch um. Da fehlt noch was Salz. Okay, ganz ruhig. Du schaffst das. Das ist nur eine neue Klasse. Hi, ich bin die Neue. Eine Neue? Wen interessiert das denn schon? Eine Neue? Sieht nerdy aus. Ich glaube nicht, dass ich gut in diese Klasse passe. Dann setze ich mich wohl einfach mal. Was sind das denn für Klamotten? Davon kriegt man ja auch Krebs. Ich hasse es, neu in eine Klasse zu kommen. Schule kann mega langweilig sein. Warum also die Dinge nicht mit ein paar harmlosen Streichen etwas aufmischen? Wenn du also nach einem Weg suchst, etwas mehr Spaß zu haben, dann mach es uns nach. Autoritätspersonen reinzulegen, ist ein toller Zeitvertreib. Ja, das war großartig. Ins Lehrerzimmer schleichen? Das ist super riskant. Sch, da ist Frau Appleby. Eine sehr müde Frau Appleby. Und zu unserem Glück ist eine schlafende Lehrerin die perfekte Beute. Für diesen Streich braucht ihr eine Tasse und eine Spielzeugspinne wie diese hier. Lass das Ding einfach in die Tasse fallen und gieß den Kaffee direkt darüber. Frau Appleby mag hier einen Kaffee mit Sahne und Spinnen, richtig? Aufwachen, Frau Appleby. Oh, wir haben ihnen einen Kaffee gebracht, Frau Appleby. Wow, was für nette Schülerinnen ich habe. Und jetzt warten wir, bis der Streich seinen Zauber enthüllt. Sieht aus, als würde der Kaffee ein wenig leerer werden. Ah, Spinne! Ja, es hat super funktioniert. Okay, hergeben. Ihr wisst, dass Handys im Unterricht nicht erlaubt sind. Ach, diese Keine-Handy-Regel ist so nervig. Auweia, ich hoffe, der Bildschirm ist nicht kaputt. Oh nein, der Bildschirm ist komplett zersplittert. Tut mir leid, aber sie werden wahrscheinlich ein neues kaufen müssen. Sieht aus, als würde ich im Unterricht auf meinem kaputten Bildschirm texten. Wenn ihr einen gebrochenen Bildschirm vortäuschen wollt, einfach diesen kleinen Kerl auf euer Telefon kleben. Sieht ziemlich echt aus, oder? Mission erfüllt. Was? Wie hast du das an Herrn Schmidt vorbei bekommen? Herr Schmidt sieht so aus, als hätte er einen ganz schön krassen Morgen gehabt. Und was gibt es Besseres, als der Klasse ein paar Biers aufzulegen, wenn man müde ist? Mist, ich habe das Kabel im Auto vergessen. Ich bin in drei Minuten zurück, Leute. All dieses Warten hilft den Schülern nicht gerade beim Wachbleiben, oder? Okay, fange dieses M&M und ich gebe dir 5 Euro. Hat das Ding gerade den Kopierer angeschnissen? Das war ziemlich cool, oder? Schnell, kopiere mein Gesicht! Kopiere mein Gesicht! Oh mein Gott, das ist so lustig. Mein Gesicht sieht verrückt aus. Hey, Herr Schmidt hat seinen Laptop vergessen. Lass uns einen Streich mit dem Kopierer spielen. Aufgepasst, Herr Lehrer, diese gelangweilten Mädchen werden gleich sehr kreativ. Hallo, Herr Schmidt! Ich habe das Kabel gefunden. Ich schließe es nur schnell an meinen Computer an und wir können mit den Projektionen beginnen. Hm, seltsam. Warum ändert sich nichts auf meinem Bildschirm? Liegt es an meiner Maus? Komm schon, was zum Teufel ist mit dem Teil hier los? Das war's. Ich bin bereit, das dumme Ding aus dem Fenster zu werfen. Moment mal. Ist das ein falscher Bildschirm? Ja, sie wurden gerade reingelegt, Herr Schmidt. Ich gebe zu, das war ein ziemlich cleverer Streich. Aber ihr Mädchen seid in ernsthaften Schwierigkeiten. An manchen Tagen muss man einfach alles Mögliche tun, um im Unterricht wach zu bleiben. Was? Hoppla, ich bin eingeschlafen. Ich gehe jetzt besser. Leute, die Glocke lässt euch nicht gehen, sondern ich. Also setzt euch wieder hin. Oh Mann, wir waren so nah dran, hier rauszukommen. Wann habe ich gefrühstückt? Vor vier Stunden? Mein Magen knurrt ganz schön. Vielleicht habe ich noch etwas in meinem Rucksack vergraben. Hm, mal sehen. Okay, Frau Appleby schaut nicht hin. Ich werde mich auf die Nudeln stürzen, die ich gestern Abend gezaubert habe. Hm, ist diese Paste überhaupt gekocht? Hey Kate. Schau, was ich habe. Willst du heute Nachmittag einen kleinen Streich spielen? Okay, ich muss nur zu dem Stuhl kommen, ohne dass die Lehrerin mich sieht. Huch, das war knapp. Jetzt werde ich hier einige meiner trockenen Nudeln unter die Stuhlbeine legen. Bitte nicht umdrehen, bitte nicht umdrehen. Nein. Hat da jemand was gesagt? Hier gibt es nichts zu sehen, wir machen nur Notizen. Oh Mann, jetzt kommt der große Moment. Was zum Teufel war das für ein Knirschen? Ist der Stuhl gebrochen oder so? Jennifer, das war fantastisch. Du bist die Königin der Streiche. Viele Menschen wissen nicht, dass die Arbeit eines Leeres mit dem Läuten der Glocke nicht fertig ist. Puh, diese ganze Benotung hat mich fertig gemacht. Ich wünschte, ich hätte Zeit für ein kleines Nickerchen. Puh, all diese roten Flecken bedeuten nur eines. Eine Fio. Sieht so aus, als würde Frau Appleby endlich eine wohlverdiente Pause einlegen. Wenn ich es rechtzeitig zum leeren Zimmer schaffe, kann ich die letzten 10 Minuten meiner Lieblingsserie schauen. Aber sie ahnt nichts, denn Kate hat um die Ecke gelauert und auf den richtigen Moment gewartet, um sich auf sie zu stürzen. Gut, die Luft ist rein. Sieht aus, als hätte Frau Appleby die Klausur von heute Morgen genotet. Ist meine dabei? Ist das ihr ernst? Sie hat mich dumm genannt? Das kann nicht stimmen. Ich habe mir einen abgepüffelt. Es sieht so aus, als ob sich die Dinge doch noch zu meinen Gunsten entwickeln könnten. Für diesen Streich brauchst du eine leere Tasse und etwas schokoladenbraune Modelliermasse wie diese. Wenn ihr sie ein bisschen flacher macht, könnt ihr sie tatsächlich wie verschütteten Kaffee aussehen lassen. Das sieht ziemlich echt aus, oder? Vergesst nicht, es auszubreiten, um einen Spritzeffekt zu erzeugen. Was? Ich war nur zwei Minuten weg. Wie ist das passiert? Mal sehen, ob es durch den ganzen Stapel gelaufen ist. Moment mal, ist das überhaupt Kaffee? Ich weiß nicht, was das ist, aber es ist ekelhaft. Schaut nur. Manchmal haben Jungs und Mädchen unterschiedliche Prioritäten. Das bedeutet, dass sie manchmal einen Streich brauchen, um eine Lektion zu lernen. Das ist nur fair. Das ist ein riesiger Stapel schmutziges Geschirr. Ja, du machst dich besser an die Arbeit. Ich? Äh, auf keinen Fall. Du. Oh, sorry. Da muss ich drangehen. Chris, was zum Teufel? Ich schätze, ich habe keine andere Wahl. Ihhh, ich hasse Abwaschen. Warum ist denn da überall Ketchup dran? Oh, das bringt mich auf eine Idee. Zeit für den roten Marker meines Vertrauens. Außerdem meinen schwarzen Stift und weiße Kreide. Sehr gut. Sieht ziemlich echt aus. Ich muss wirklich überzeugend sein. Ähm. Ah, das tut so weh. Was ist los? Was ist passiert? Oh, das ist ein tiefer Schnitt. Okay, du setzt dich hier hin. Bleib sitzen, bis ich den Abwasch gemacht habe. Danke, Chris. Das tut so weh. Hey, was gackerst du denn so? Es ist Fitnesszeit. Ich werde so hart trainieren. Ich bin wahnsinnig stark. Das ist, als ob man sich einen schlechten Film anschaut. Oh, das ist die schlechteste Fortsetzung. Zum Glück wird Nutella das aus meinem Gedächtnis löschen. Ha, ich habe eine tolle Idee. Ein bisschen Kleber wird Chris auf Trab bringen. Das schraube ich jetzt einfach wieder auf das Glas. Oh, Chris. Kannst du das für mich aufmachen? Das geht voll schwer. Wie gut, dass ich meine Muskeln dabei habe. Was würdest du nur ohne mich tun? Ja, dafür brauchst du definitiv Kraft. Komm schon, Chris, du schaffst das. Oh, warum ist denn das so schwer? Oh, das bringt nichts. Ich kriege es nicht auf. Na gut, Zeit, ihn von seinem Elend zu befreien. Indem ich es noch schlimmer mache. Vielleicht versuche ich es nochmal. Du? Niemals kriegst du das auf. Deine Handgelenke und Muskeln sind wie die eines kleinen Kindes. Los geht's. Äh, wie ist das denn möglich? Du hast ganz winzige Muskeln. Ich muss weiter trainieren. Der ist total drauf reingefallen. Ich behalte dich im Auge. Nicht meinen Saft trinken. Ah, hab ich jetzt aber Angst. Hm, aber ich mag Herausforderungen. Zeit für ein bisschen Saft. Ah, war das lecker. Und er hat überhaupt nichts gemerkt. Äh, wo ist mein Saft? Alles weg. Selbst der letzte Tropfen. Ich weiß, dass du das warst. Diesmal ist sie zu weit gegangen. Zeit, ihr eine Lektion zu erteilen. Gut, das passt perfekt. Oh nein, meine Hand. Sie steckt fest. Oh mein Gott, was sollen wir nur tun? Halt still, ich ziehe. Warte, ich hab ne Idee. Ein bisschen Olivenöl wird helfen. Nein, sie steckt immer noch fest. Moment mal, du hast deine Hand rausgenommen. Haha, du bist total drauf reingefallen. Ich brauch Chips, um mich zu stärken. Ich bin nah dran, dieses Level zu schaffen. Hey, Chris. Ähm, dein Kopf versperrt mir die Sicht. Wie wär's? Wie wär's, wenn du einfach da drüben bleibst? Chris! Wie findest du mein neues Kleid? Komm schon, wir könnten tanzen gehen. Sorry. Nope, ich spiele lieber. Aber ich hab doch schon Tickets. Komm schon, das wird richtig lustig. Ha, nee, ich passe. Oh Mann, ich hab keine Chips mehr. Ich muss mir neue holen. Ach, unfassbar, dass er nicht gehen will. Er ist viel zu sehr mit diesem dummen Spiel beschäftigt. Zeit für mich, ihm eine Lektion zu erteilen. Ich tausche einfach das Kissen mit dieser Wanne voll Wasser aus. Und jetzt die Decke wieder an ihren Platz. Da kommt er. Und er schaut nur auf sein Spiel. Es geht los. Deine Hose ist komplett nass. Oh, das ist so kalt. Was hast du getan? Jetzt bin ich komplett nass. Jetzt muss ich mich umziehen. Zeit, meine Wäsche zusammenzulegen. Ich will schließlich keine Knitter falten. So ist das gut. Absolut perfekt. Und auch gar keine Fusseln. Jetzt lege ich's weg. Vorsichtig, vorsichtig. Und so genau an seinen Platz. Und jetzt kommt nur noch der Rest. Eine perfekte Garderobe macht mich so glücklich. Oh, na das war ein Schläfchen. Hier liegt eine Menge Wäsche rum. Ich hab wirklich keine Lust, das wegzuräumen. Hey, ich hab ne tolle Idee. Kommt her, Klamotten. Alles klar, jetzt hab ich alles gebündelt. Schau's dir an. Fast ein perfekter Ball. Mal sehen, ob ich es schaffe, über die Bande zu treffen. Auf der Kommode, über das Regal und in meinen Kleiderschrank. Wahnsinn, ich hab's echt gerockt. Ah, was für eine erholsame Nacht. Ich bin so ausgeruht. Zeit aufzustehen und den neuen Tag zu beginnen. Oh, was für eine Nacht. Ich muss beim Spielen eingeschlafen sein. Wow, das ist vielleicht Mundgeruch. Oh, ich seh echt aus wie ein Geist. Okay, Zeit für etwas Augenpflege. Perfekt, meine Haut ist schön glatt. Oh, ich bin müde. Äh, ich kümmere mich mal um meinen Atem. Das wird helfen. Wer braucht schon ne Zahnbürste? Alles klar, sieht schon viel besser aus. Ah, ich liebe dieses neue Duschbad, das ich gekauft hab. Dilution nicht vergessen. Oder Creme. Und Sonnencreme. Ich liebe dieses 10 in 1 Produkt. Wer braucht schon Seife und Shampoo? Ich sollte wirklich mehr Tiktoks machen. Wo kommt dieser Pickel her? Nur noch etwas Finishing-Puder und fertig. Und nun noch mein Outfit für heute wählen. Nein, auf keinen Fall. Hm, ich mach mal lieber einen Schnuppertest. Nicht schlecht. Na, dann kann ich ja los. Oh, ich kann es kaum erwarten, wieder tanzen zu gehen. Aber jetzt kann ich das nicht anziehen. Warum hab ich eigentlich nichts zum Anziehen? Ach, es ist so schön draußen. Endlich. Moment, es ist schon dunkel? Ach, Mist. Dann geh ich wohl mal besser wieder rein.